Hallo und herzlich willkommen zur 55. Episode von CUT. Heute ist Mittwoch, der 6. Januar 2021. Neben mir sitzt wie immer die bezaubernde Donja. Hallo. Und ich bin der Marco. Hallo. Ihr dachtet vielleicht, ihr hört nie wieder von uns. Ätsch. Habt ihr euch getäuscht? Ja. Natürlich. Sorry, not sorry. Lassen wir mal wieder von uns hören. Und wie soll es auch anders sein mit einem traditionellen Jahresrückblick, der natürlich ein bisschen anders ausfällt. Naja, technisch gesehen fällt er nicht anders aus. Wir machen eigentlich das Gleiche, was wir in den letzten Jahren gemacht haben. Genau. Vor zwei Jahren haben wir das am 31.12. schon gemacht. Letztes Jahr am 1. Januar und dieses Jahr halt am 6. Januar. Ich hoffe nicht, dass das nächstes Jahr, dass sich dieser Trend fortsetzt, dass wir unseren Jahresrückblick dann irgendwann im August machen. Naja, irgendwann ja. Ja, wie ihr alle wisst, war ja 2020 ein etwas außergewöhnliches Jahr für uns alle und was natürlich darin resultierte, dass wir nicht so häufig ins Kino gehen konnten wie in den Jahren zuvor. Ja, also nicht, weil wir nicht wollten. Genau. Und das hat natürlich dann auch Auswirkungen auf diesen unseren Podcast, weil wir hauptsächlich über Kinofilme sprechen und auch weiterhin sprechen wollen. Und wir sind ja guter Dinge, dass wir irgendwann mal wieder ganz normal ins Kino gehen können, wenn auch jetzt nicht. Ich glaube nicht, dass wir da jetzt im ersten Halbjahr 2021 eine große Entspannung spüren werden, aber ich denke, dass spätestens in einem Jahr, wenn wir uns zum Jahresrückblick 2021 hören, die Dinge vielleicht wieder so sein werden, dass wir wieder öfter ins Kino gehen können. Ich glaube schon. Und nichtsdestotrotz haben wir natürlich zu Hause geguckt, auf der Couch. Ins Leere. Ins Leere gestarrt, genau. Und wir werden diesmal wieder, wie die letzten Jahre, unsere Flops und Tops und Flops aus den einzelnen Monaten des vergangenen Jahres herauspicken, die wir eben zu Hause geguckt haben und nicht im Kino. Wobei der Unterschied jetzt nicht so gravierend ist, weil, wie gesagt, im Kino waren wir nicht so häufig. Ja, und es ist dann gar nicht so einfach, weil es gab dann wirklich Monate, da haben wir wirklich… Gar nichts geguckt oder… Nur Serien. Serien, genau. Serien soll es aber heute nicht gehen. Da versprechen wir euch, werden wir mal wieder einen Serieneintopf für euch köcheln. Heute geht es um Filme und wie üblich möchte ich diesen Jahresrückblick mit ein paar statistischen Daten beginnen. Und zwar über den Podcast selbst. Wir haben letztes Jahr tatsächlich nur acht Episoden veröffentlicht. Oh Gott. Das Jahr zuvor waren es zwölf, also im Schnitt eine pro Monat. Von diesen veröffentlichten Episoden, das waren die Episoden 47 bis 54, haben wir alleine vier im Januar veröffentlicht. Ich wollte gerade sagen, dadurch, dass wir im Januar so fleißig waren, ist ja eigentlich acht und zwölf, das ist ja dann eigentlich gar nicht so schlimm. Also am Anfang dachte ich… Naja, es ist insofern schlimm, dass wir halt über elf Monate hinweg vier Episoden veröffentlicht haben. Ja. Das ist halt schon krass. Ja, das ist schon. Aber in Summe ist acht ja erstmal nicht so schlimm. Nee, nee. Es ist, wie gesagt, es ist den Umständen geschuldet und wir, wir, ja, wir haben ja jetzt nicht aufgegeben. Es ist ja nicht so, dass wir das Hobby jetzt gänzlich bleiben lassen würden. Also, wie dem auch sei, ich habe mal ein bisschen geguckt, was so die erfolgreicheren Episoden waren jetzt 2020. Platz eins war die letzte Episode, die 54 mit Tenet kommt immerhin auf 476 Downloads. Wow. Und Episode 52 war unser letzter Serien-Eintopf, immerhin noch auf 144 und Cut 051 war Little Women, ziemlich am Anfang des Jahres, immerhin auf 132. Insgesamt kommen wir jetzt inklusive unserer Nullnummer mittlerweile eben auf 55 Episoden und insgesamt 10.447 Downloads verteilt auf alle diese Episoden. Eine durchschnittliche Laufzeit von 1 Stunde 15 und 30 Sekunden. Wir quatschen einfach so gern. Ja, das ist, finde ich, einen guten Schnitt. Mittlerweile 2,9 Tage Gesamtlaufzeit, also könnt ihr uns 2,9 Tage am Stück anhören. Und durchschnittlich 21 Tage, alle 21 Tage könnt ihr eine Episode hören. Und ich finde, das ist noch okay. Also, der Schnitt ist ein bisschen gestiegen, natürlich jetzt im letzten Jahr, aber mein, also, wie soll ich sagen, mein erklärtes Ziel war immer, jeden Monat so eine Episode im Schnitt rauszuhauen. Wenn es mal einen Monat keine gibt, dann halt in einem Monat halt mal zwei und so gleicht sich das ja wieder aus. Und jetzt haben wir ja im Januar sogar vier veröffentlicht. Das reißt den Schnitt natürlich wieder raus. Nichtsdestotrotz ein schwaches Kinojahr. Aber da erzählen wir euch ja sicher nichts Neues da draußen. Nein. Spotify, habe ich auch geguckt, hat jetzt im letzten Jahr nicht maßgeblich irgendwie tolle Statistiken ausgeworfen, die ich jetzt hier erwähnenswert fände. Wie viele Follower haben wir da? Keine Ahnung, habe ich jetzt nicht geguckt. Ach so, okay. Ich glaube gar keine. Ui. Spotify. Ne, ich bin auch kein großer Spotify-Fan, wenn es um Podcasts geht. Ich glaube, meine Meinung kennt man zu dem Thema, weil Podcasts ja eigentlich etwas frei sind, was jeder Mann, jede Frau hören kann über Podcast-Clients und Spotify. Naja, ist eigentlich keine Podcasting, also Podcasts brauchen eigentlich keine Plattform, das will ich damit sagen. Wie dem auch sei, es geht nicht um Podcasts allgemein, es geht um Filme. Und wir schauen uns jetzt einfach mal unser Jahr 2020 in den Statistiken an. Und ich weiß nicht, wie viele Filme hast du denn 2020 geguckt? 138. Du hast immer, wie traditionell auch immer so ein paar mehr, das liegt, haben wir auch schon ein paar Mal erklärt, einfach daran, dass ich hin und wieder etwas anderes zu tun habe, andere Hobbys, denen ich nachgehe, währenddessen du eben Filme und oder Serien guckst, sodass du da immer ein bisschen mehr auf dem Kerbholz hast als ich. Ja. Ich habe 132 geguckt, insgesamt waren es bei mir 273,8 Stunden. Mist, das habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Das waren im Schnitt 11 Filme pro Monat, das finde ich schon sehr stattlich. Soll ich schnell nachschauen? Ja, bei dir ist es ja ungefähr gleich, also du hast ja nicht so viel mehr. Und 2,5 Filme pro Woche, was ich irgendwie schon ziemlich cool fand. Unser erster Film, den wir im Jahr 2020… Ich habe 2,7 Filme und 11,5 im Monat und 282,2 Stunden. Genau, also doch ein bisschen mehr, klar, das sind die sechs Filme, die du mehr geguckt hast. Genau, und die waren jeweils 100 Stunden lang. Unser erster Film im Jahr 2020 war The Mule, einer der letzten Clint Eastwood-Filme. Oder bislang, oder hat er es seither noch gemacht? Behalt dein Handy auf alle Fälle mal in der Hand. Ich behalte es mal in der Hand. Vorher würde ich mir den Käse erzählen. Ja. Und unser letzter Film, da sind wir schon etwas auseinandergegangen. Ich habe den letzten Film, den ich im Jahr 2020 gelockt habe, war Stirb langsam, jetzt erst recht. Den letzten Film, den wir noch angefangen haben 2020 zu gucken, hast du als letzten Film gelockt. Genau. Und das war? Death to 2020. Genau, das war diese Netflix-Pseudo-Doku-Comedy, die wir sehr, sehr lustig fanden. Ja, und Clint Eastwood hat den letzten Film, wo er gemacht hat, war nicht The Mule, sondern… Ich habe ja gesagt, einer der letzten. Ach so, na gut. Hast du aber nochmal aus der Affäre gerettet. Was war denn der letzte? Der Fall Richard Jenkins. Ja, ja, den haben wir auch gesehen. Nun gut, von diesen 132 Filmen, die wir gesehen haben, da fallen jetzt bei mir zumindest oder bei dir auch, übrigens alle rein, auch die paar Kinofilme, waren tatsächlich nur 19 Filme aus dem Jahr 2020 dabei. Ich bin so schlecht in Statistiken, das habe ich auch nicht. Ja, ich habe mir halt ein bisschen die Statistik angeguckt. Ist ja egal, also du wirst wahrscheinlich nicht so wahnsinnig Filme eher haben. Ich auch nicht, also so bei mir sieht der Kuchen genauso aus. Genau, also da kannst du ja gucken, quasi welche, was du 2020 oder ältere Filme geguckt hast. 2019 waren es interessanterweise noch 36 Filme, die wir gesehen haben. 17,4 habe ich. Prozente sind 24. Genau. Also 2019 waren es noch 36 Filme, die wir aus dem Jahr 2019 in 2019 gesehen haben. Also kann ich sagen, das ist doppelte, fast. Von den 132 Filmen, die ich geguckt habe, waren 74 neu, die ich noch nicht gesehen hatte und 58 alt, die ich quasi nochmal geguckt habe. Das heißt, ich habe, kann man sagen, knapp 56 Prozent neue Filme geguckt. Also es war ein sehr ausgewogenes Jahr, wo wir doch auch sehr viele Sachen wieder geguckt haben, die wir alle schon mal gesehen haben. Zumindest. Ja, aber neu haben wir mehr geschaut. Ja, ein bisschen. Ja, 60 Prozent bei mir. Ja, und das war schon mit dem statistischen Jahresrückblick. Yay! Wir werden unser Year in Review, wie es so schön heißt, von Letterboxd, also wir beide haben ja einen Letterboxd-Account, werden wir unsere beiden Statistiken auch verlinken. Also wenn ihr da irgendwie reingucken wollt und nochmal genauer sehen wollt, was für Filme wir geguckt haben, weil wir uns ja jetzt auf die Highlights und die Enttäuschungen beschränken, dann könnt ihr da gerne mal einen Blick riskieren. Und falls ihr dort noch nicht Mitglied seid, Mitglied werden. Und falls ihr dort schon Mitglied seid, uns befreunden. Das kann man nicht auch. So viel auf einmal. Ja. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir mit dem Januar an. Und im Januar war mein erstes Highlight tatsächlich Mary Poppins. Meins nicht. Deins nicht. Ja, also ich hatte tatsächlich einen anderen Film besser bewertet. Und welcher war das? Jane. Das ist die Dokumentation über Jane Goddard. Ah, also du hast den, ähm. Wir müssen ja nicht gleich sein. Nein, wir müssen nicht gleich sein. Also, ja genau, du hast die, diese, das war tatsächlich eine Doku, oder? Mhm, genau. Mhm, okay. Und die war, fand ich sehr schön. Die haben wir, glaube ich, beide auf Netflix geguckt. Ich meine, Mary, ich habe explizit Mary Poppins Returns eigentlich hier, ähm, hier, also aufgeschrieben. Und zwar eben die, die Fortsetzung mit der Emily Blunt. Mhm, genau. Wobei wir kurz vorher tatsächlich, und ich zum ersten Mal, Mary Poppins gesehen habe. Also, ich glaube, ich auch, aber das, ja, also manche Filme, gerade die ganzen Disney-Filme, man weiß ja nicht, was man da alles schon in der Kindheit gesehen hat. Aber ich könnte mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich Mary Poppins mal als Kind gesehen habe. Ich habe den sogar. Ich war da auch nicht so ein Fan als Kind, also von so Realverfilmungen von Disney. Ich mochte die Zeichentrick halt damals immer mehr. Also, wenn ich die Wahl hatte, dann. Ich habe ja, eigentlich habe ich den sogar höher bewertet. Also, der alte, also der ursprüngliche Mary Poppins stammt aus dem Jahr 1964, ähm, das, äh, die Fortsetzung 2018, also da liegen schon ein paar Jahre dazwischen. Ich fand, ähm, den erstaunlich, äh, gut, den alten. Also, den fand ich echt reizend. Der war, der war, der ist total süß. Also, der ist auch wirklich gut gealtert. Ich finde, das ist so eine zeitlose Geschichte. Unglaublich fantasievoll, auch mit diesen Zeichentrick, ähm, Elementen drin. Denn für die damalige Zeit, glaube ich, ziemlich beeindruckend auch von, von der Tricktechnik her. Ja, ja, das stimmt. Und der Neue hat halt einfach diesen Emily Blunt, äh, Bonus. Ja, und für mich halt auch die Kostüme und die ganze Ausstattung. Genau, die ist auch toll. Ja. Ja, das war mein Highlight im, im Januar. Und, äh, ja, ich habe eigentlich keine so große Enttäuschung. Du? Aber ich schon, also ich habe, äh, den Colonia angeschaut. Das ist mit der, ähm, Emma Watson und dem Daniel Brühl. Und ich fand den, ja, irgendwie langweilig. Und auch, ja, vielleicht auch ein bisschen, das ist ja dieses alte Streitthema. Oder was heißt, bei uns ist es kein Streitthema. Aber es ist wirklich so, dass Emma Watson einfach keine gute Schauspielerin ist. Und das ist halt wirklich auch so eine tragende Rolle. Da spielt sie eine junge Dame, die einen, ähm, zuvor kurzgelernten, ähm, das ist ein, 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 das ist der Journalist, Aktivist. Und das Ganze spielt in Südamerika. Jetzt weiß ich aber nicht mal, welches Land. Ja, ist ja egal. Ist ja egal. Auf jeden Fall geht es da halt um, äh, so eine Sekte und, äh, die, du schüttelst mit dem Kopf. Ne, ich weiß es nicht. Ich weiß, ich habe ihn noch nicht gesehen. Du hast den alleine geschaut. Ja, den habe ich alleine geschaut. Und, ähm, ja. Dann fand sie nicht so gut. Ja, Emma Watson ist, äh, ich hatte Diskussionen neulich mit meiner Tochter, die, ähm, mittlerweile ganz stark im Harry Potter Fieber ist. Und, äh, die war ganz entsetzt, als wir beide uns, äh, quasi abfällig über die schauspielerischen Leistungen von Emma Watson geäußert haben. Ähm, und ich habe versucht zu erklären, dass es natürlich bei Harry Potter, also wenn du mit, äh, Kinderdarstellern anfängst, die halt über eine Serie von, ich glaube, acht Filmen hinweg mit den Filmen altert, ist das ja Fluch und Segen zugleich. Segen, weil du halt auf die gleichen Darsteller durchgängig zurückgreifst, aber halt Fluch deswegen, weil du natürlich bei, Entschuldigung, jetzt bin ich zu dem Fuß getreten, weil du natürlich bei Kind, Kindern als Darstellung vermutlich andere Maßstäbe anlegst und dann halt irgendwie gucken musst, was wird denn aus denen. Und manche haben sich gemausert, manche nicht. Ja, ich meine, manche sind ja auch nicht so bekannt, also haben ja jetzt auch keine riesen Filmkarriere jetzt gestartet. Also sie ist ja wirklich einer der wenigen, die, äh, ja, also schon aus dem, rausgetreten ist aus diesem Harry Potter-Universum. Ich meine, der Daniel Radcliffe auch. Ja, und, ja, die. Aber, ähm, ich meine, so im Ganzen, wie du es halt sagst, im Ensemble fällt es dann irgendwie nicht so auf, dass sie jetzt nicht so die Leuchte ist, aber, äh. Wenn sie halt als Hauptdarstellerin. Dann merkst du es halt, und das war auch schon bei, äh, Die Schöne und das Biest, war es schon ein bisschen, äh, The Circle war ganz schlimm. Aber da war ja der Film ganz schlimm. Ja, aber auch bei Little Women war sie nicht, war sie eher die Schwächste, also das, ähm, muss man mal was sagen. Ja, vor allem halt gegen die Florence Poe, 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 Pug, Pug, und, äh, G ist stumm, Florence Poe, Pug. Ich meinte aber die andere, die viel, 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 viel stärker war. Die war ja auch für, äh, so die, die, äh, Hauptdarstellerin. Ja, genau, ja, genau, Sersha, genau, Sersha, den Namen hab ich gesucht, die ja auch für einen Oscar nominiert war, Hauptdarstellerin. Ja, genau. Und die war, also, das ist ja sowieso, äh, eine. Oh, wir schworfen ab. Wir schworfen? Wir schworfen. Okay, dann let's schworfen zurück. Dann schworfen wir zurück, ähm, dann bin ich ja schon im Februar, und im Februar, ähm, apropos Florence Poe, Poe, Pug, Pug, da müssen wir uns auch mal ein Video angucken, wie man das ausspricht. Florence Poe, ich glaub, Poe, Poe. Also, lustigerweise, ähm, wir sind ja riesen Fans von dem Podcast, äh, Geschichten aus der Geschichte, der aktuell so heißt. Früher hieß er nochmal Zeitsprung, ne? Zeitsprung, und, ähm, ich find's immer wieder lustig, weil am Anfang wird, äh, werden beide dann jedes Mal immer berechtigt, wie, äh, berichtigt, genau, wie sie Namen auszusprechen haben. Ja. Und das ist halt echt schon fast Tradition, weil sie halt, äh, die Namen immer falsch aussprechen. Ich glaub, bei uns auch, aber wir haben noch nicht so viele ZuhörerInnen, dass ich das äußere. Keiner traut sich zu sagen, so, hey, ich sprech das jedes Mal falsch aus, und, ähm, genau, also ihr seid ja echt alle süß, wenn ihr uns das verzeiht, aber ihr dürft auch ab und zu mal uns kritisieren. Florence, ich würd sagen, das ist das G-Stumm. Florence Poe, 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 Poe. Ich würd Pack. Ne, ich glaub, das ist stumm. Ich glaub, das ist ja die Freundin vom, ähm, vom, äh, Zach Braff, und, äh, ich glaube, in seinem Podcast, äh, Fake Doctors, Real Friends, äh, wenn er ihren Nachnamen ausspricht, dann ist das, hört man da kein G, da ist das stumm. Hörst du gar nicht. Die ist ja, die ist ja Britin. Mhm. Wie dem auch sei, Überleitung, gescheiterte Überleitung zum Februar. Äh, äh, die, äh, Florence, äh, lassen wir mal den Nachnamen weg, spielt nämlich die Hauptrolle in Midsommar, äh, das mein persönliches Highlight im Februar war. Meins auch. Das ist, ähm, ein komplett verstörender Film. Ja. Ähm, ein Horrorfilm, allerdings kein typischer zehn, äh, jetzt hätte ich mal zehn kleine Negerlein gesagt, äh, ganz politisch unkorrekt. Oh, nein! Äh, ja, was, was sagt man denn da heute? Was ist denn der politische, weil das Lied gibt's ja? Ähm, ich weiß, in dem Kontext hätte ich einfach Slasher-Film gesagt, weil da geht's halt im Prinzip ja immer darum, dass, oder Survival-Horror. Ja, also Slasher, ich weiß nicht, Slasher. Also ich kannte das halt früher immer, also das, das zehn kleine Negerlein-Prinzip war für mich im Horrorfilm halt immer, dass einer nach dem anderen weggekillt wird, so wie in diesem Lied halt. Ja, aber ich hätte da immer Slasher-Film dazu gesagt. Ja, und das ist es halt nicht, das ist so ein intelligenter Horror, ähm, jetzt weiß ich aber nicht mehr, ähm, ich guck mal schnell nach, von wem, aber das ist ein nicht ganz unbekannter Regisseur. Nein, weil wir haben ja das hier Dittery schon von ihm gesehen. Hereditary. Wieso? Hä? Das heißt doch anders. Hereditary von Ari Aster, oder Ari Aster heißt der, und, ähm, ja, der hat auch schon Hereditary gemacht, und den fand ich ja auch schon großartig, und, ähm, ja, das ist kein Unbekannter. Aber lasst euch bitte, ähm, seid euch dessen gewahr, dass Midsommar wirklich ein sehr verstörendes Erlebnis ist. Ja, also das ist sicher nicht jedermanns, äh, Tasse Tee, wie man so schön sagt, ähm, und ich würde die nicht vorbehaltlos empfehlen. Es ist halt ein, 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 ja, ein sehr verstörender, ähm, Horrorfilm. Ähm, also ich würde sagen, wenn euch Hereditary gefallen hat, dann wird euch der auch gefallen. Wobei gefallen wahrscheinlich eher der falsche Ausdruck dafür ist. Ja, sagen wir mal so, äh, ich fand Midsommar sogar noch ein bisschen verstörender, und, ähm, die Spannungskurve oder diese Anspannung, die man während des ganzen Films einfach spürt, das ist halt schon, ähm, ja, sehr, sehr beängstigend. Also man, das ist wirklich, also diese Atmosphäre, die ja auch da, also spielt ja in Schweden, genau, und dann, ähm, diese Midsommernächte, wo es halt einfach keinen Sonnenuntergang gibt, oder? Ja, Midsommar, Sonnenwende. Midsommar, genau, und, ähm, diese ganze Atmosphäre, also das, man spürt das halt einfach, das ist unglaublich, wie der das von, von der Leinwand halt auf den Zuschauer transportiert. Und es, es, es baut sich halt auch so auf, so, so ganz klassisch, das beginnt halt relativ harmlos, also das harmlos beginnt halt mit dem tragischen Ereignis, ähm, und, ähm, aber so, so, die, diese Gemeinschaft, die sie da vorfinden, es ist alles erstmal ganz, ganz easy, und dann passieren halt einfach immer wieder mal so ganz merkwürdige Dinge, und man merkt halt, okay, da ist nicht alles so, wie es sein soll, und da spitzt sich halt zum Ende hinzu, so ganz klassisch, äh, finde ich großartig. Ja, ist wirklich toll. Ja. War auch dein Highlight? Ja, absolut. Was war dein, dein Flop? Ich glaube, da haben wir den gleichen, kann das sein? Ja, und zwar, äh, in dem, also, ich bin so aufgeregt, während der ganzen Zeit des Films, also, und zwar, in Englisch heißt der Uncut Gems, Gems, und, äh, Gems. Ah! Dann suchst du einfach die deutschen Titel raus, um das zu machen. Der schwarze Diamant. Genau. Ja. Schwarze Diamant. Ja, ich hätte jetzt trotzdem auch, wenn ich jetzt das so lese, hätte ich jetzt Gems gesagt. Das sind keine Gemsen, das sind… Ja, das weiß ich doch auch. Das sind Edelsteine. Ja, schön. Ja, auf jeden Fall. Adam Sandler. Adam Sandler. Das Riesenproblem, Adam Sandler. Ich bin ja kein großer Fan von ihm, und ich weiß auch nicht, warum, also, ganz ehrlich, manchmal frage ich mich echt, dass der noch unter den Filmschaffenden, Wald. Und es gibt auch so viele Netflix-Filme mit ihm. Wo ich mir immer denke, haben die den jetzt irgendwie im Spar-Abo bekommen? So drei für zwei oder eins für drei. Der hat halt einen Gesichtsausdruck drauf, finde ich. Der ist einfach kein guter Schauspieler. Es ist einfach so. Und der Film ist furchtbar. Der ist einfach über viele, viele Ebenen einfach schlimm, weil die Musik ist schlecht. Also der Film ist stressig. Der ist total stressig. Durch die Musik hauptsächlich. Ich finde, der Film fühlt sich an, als hätte man fünf Tassen Kaffee getrunken. So innerlich aufgekratzt. Und kann nicht aufs Klo oder wie? Nee, dass man so aufgekratzt ist und nicht schlafen kann. Und so ein unangenehmes, also ich fand, das war ein total unangenehmes Erlebnis. Und dafür haben ihn tatsächlich auch einige gefeiert. Aber ich mag solche Filme. Ich weiß auch nicht. Also ich meine, ob ein Film was mit einem macht, also dass es auch auch mal eine negative Erfahrung ist, dass es halt vielleicht irgendwie was in dir wachrüttelt. Das mag ja alles sein. Aber muss ich einen Film, während ich ihn anschaue, mir fast schon körperlich wehtun? Also das weiß ich nicht. Also da bin ich echt kein Fan von. Ich auch nicht. Also ich war da wirklich, wirklich froh, als es vorbei war. Hatte auch noch ein, ja klar passendes, aber für mich einfach ein sehr unversöhnliches Ende. Also ich fand den, fand den echt nicht gut. Halben Stern. Also wenn es gehen würde, hätte ich ihm gar keinen gegeben. Aber da muss ja irgendwas. Kommen wir zu was Erfreulicherem. Ja. Kommen wir zum März. Ja. Was war denn dein Highlight im März? Wahrscheinlich auch das Gleiche. Ja, absolut, weil es ist System Sprenger. Ja. Also das ist wirklich ein Wahnsinnsfilm. Also auch hier, das ist zum Beispiel jetzt ein Film, der ein sehr trauriges und auch sehr auffüllendes Thema. Aus deutschen Landen, wohlgemerkt. Genau, ein deutscher Film. Und auch sehr mutig, also es ist ein sehr mutiger deutscher Film, weil er einfach, ja, einfach jetzt mal eine Geschichte erzählt, ohne irgendwie ein Til Schweiger, dass er da blöd um die Ecke guckt oder irgendwelche Popsongs sich da drin runtergedudelt werden, um irgendwelche Charts noch zu erreichen. Es ist halt einfach ein Thema, da geht es um ein junges, sehr, sehr, sehr schwieriges Mädchen und wie halt die Gesellschaft versucht, mit diesem Kind klarzukommen. Oder halt nicht damit klarkommt. Oder nicht damit klarkommt, weil, ja, es nicht sehr einfach ist, dieses Kind. Die Bezeichnung kommt ja auch daher, dass es sich um eine Person oder jetzt um dieses Mädchen handelt, die einfach aus dem System fällt, die einfach sämtliche Mechanismen sprengt, die es halt für Kinder gibt. Und die wird halt auch entsprechend oft von einer Hand zur anderen gereicht oder von einem Heim zum anderen, weil sie halt so schwierig ist. Und im Kern geht es ja um diesen einen Pfleger, um diesen Sozialarbeiter, glaube ich, ist er, der sich dann dieses Mädchens annimmt. Und ich fand das echt eine extrem aufwühlende und bewegende Geschichte. Ja, also ich saß da auch mehrmals so an der gefühlten Kante des Sofas, weil ich halt, da gibt es halt Szenen, da tut man so mitfiebern. Das arme Mädchen, die auch großartig die kleine. Ja, die spielt Wahnsinn. Und es ist halt auch so, dass sie manchmal halt Sachen macht, wo du denkst, ey, bitte mach das jetzt nicht, mach es nicht. Und dann macht sie es aber auch. Und wo du denkst, scheiße, ey. Auch wo du dich dann gleichzeitig fragst, was würdest du mit so einem Kind machen? Ja, wahrscheinlich wäre man auch selbst hoffnungslos überfordert. Ja, total. Also allein beim Zuschauen ist es schon, ja, man fühlt sich auch da schon überfordert. Also man leidet so irgendwie mit. Auf der anderen Seite ist es so, mein Gott, das gibt es doch nicht. Wie kann ein Kind so sein? Oder wie kann ein Mensch so sein? Das ist ja, egal, hat ja mit dem Alter schon nichts zu tun. Und ja, ganz toll. Also wirklich so mutig, so einen Film zu machen. Und er hat auch etliche Preise auch bekommen. Ja, zu Recht. Zu Recht, genau. Also das ist für mich war das wirklich, also nicht nur in diesem Monat ein Highlight, sondern einfach generell ein Highlight des vergangenen Jahres. Ja. Und auch eine Überraschung. Aber es ist ganz, ganz sicher eines nicht und das ist ein Wohlfühlfilm. Nee. Also das ist auch einer, der Unwohlsein verursacht, allerdings auf einer, genau, aber wichtig ist und nicht so auf eine Art wie der schwarze Dürmann. Ja. Der ist einfach schlecht, der schwarze Dürmann. Hattest du einen Flop im März? Ja, und zwar, den Film habe ich auch alleine geschaut und resultierend, dass ich ja die Serie auch allein geschaut habe und zwar war das Downton Abbey. Und als der Film dann mal in die Amazon Prime Liga gekommen ist, dachte ich mir, jetzt kannst du es mal anschauen. und ja, in dem Sinne halt Flop oder Enttäuschung, weil es den Film einfach nicht gebraucht hätte. Also die Serie läuft ja über, ich glaube sechs Staffeln, das ist auch schon wieder eine Weile her, wo ich die gesehen habe. Und ja, und warum sie jetzt den Film nochmal nachgeschoben haben, keine Ahnung, hat es nicht gebraucht, meiner Meinung. Ja, war wahrscheinlich eine, Habe ich recht? Ich schaue noch gerade. Ich glaube sechs Staffeln, ja. Ja, genau. Und ja, das ist... War einfach hinterher geschoben, wahrscheinlich so Cash Grab, wie man im Englischen sagt, also auch nochmal schnell die Kuh gemolken. Ja, so. Und Geschichte war jetzt, also die Story war jetzt nicht sehr mitreichend. Aber also auch aus einer, aus der Sicht eines Fans? Ja, absolut. Also ich bin absoluter dann. Würdest du sagen, dass der enttäuschend war? Ja, total. Also hat er auch als Fanservice ein bisschen versagt? Total. Okay. Ich hatte eigentlich keinen Totalausfall im Februar. Ich habe noch eine eher angenehme Überraschung zu vermerken, das will ich Ihnen nicht unerwähnt lassen, dass ich tatsächlich mal wieder einen Terminator-Film mochte. Das ist lange her, eigentlich seit Terminator 3 keinen mehr. Und das war halt Terminator Dark Fate. Und entgegen der Befürchtungen, die ich bei der Sichtung des Trailers hatte, wieder irgendeinen lauen Abklatsch aus dem Terminator-Universum vorgesetzt zu bekommen, war dann Dark Fate doch unterhaltsamer, als ich das eigentlich angenommen hätte. Das stimmt. Und das wollte ich nochmal erwähnt haben. Das heißt also, alle, die vom Terminator-Franchise oder das Terminator-Franchise eigentlich für tot erklärt hatten, speziell nach dem letzten Ausfall nach Terminator Genisys, seid beruhigt. Dark Fate könnt ihr euch wieder angucken. Es ist immer noch weit von der Klasse eines Terminator 1 oder 2 entfernt. Ich würde sagen, so auf dem Niveau von Terminator 3, den ich persönlich noch sehr mochte. Ja, weil er lustig war. Aber so unfreiwillig. Ja, nee, doch, den 3er kann man sich noch gut angucken. Aber 4 ist ja dann schon, also den mochte ich nicht, den mochtest du, glaube ich, lieber Salvation und Genisys, die mochte ich zum Beispiel gar nicht, die beiden. Also ich mochte ja den mit Christian Bale und dem Sam. Der ist so gaga. Was? Ja, ja. Fand ich jetzt gar nicht. Guck ihn dir nochmal an. Dann wirst du sehen. Ich habe den schon mehrmals gesehen und ich fand den ganz gut. Mö, okay. Dann kommen wir zum April. Was war denn dein Highlight im April? Vermutlich auch mein Highlight im April. Kann ich mir vorstellen. Wir haben uns nicht abgesprochen. Nein, nein. Also wir haben auch nicht gespiegelt, oder? Nein. Nur manchmal so. Hast du da ein Highlight? Ja, und zwar ist es einfach, finde ich, einer der besten Filme aus 2020. Und zwar, kann man schon so sagen. Ist der auch von 2020? Ich gucke gerade noch. Oder von 2019. Auf jeden Fall Pucksmart. Richtig. Und den Film haben wir echt abgefeiert. Der ist 2019. Okay. Schon älter. Einer der besten Filme von 2019. Und den feiert man wirklich ab der ersten Sekunde bis zum Schluss ab. Es gibt zwei Mädchen, die kurz vor dem Abschluss sind. Und College, Freundschaft und eigentlich zwei totale Nerds. Also Booksmart ist ja so die amerikanische Bezeichnung für Bücherwürmer. Also für einen Bücherwurm. Und da sind die beiden halt. Die haben sich halt durchgepaukt und haben halt immer als Streber gegolten. Und die wollen halt nochmal so richtig Spaß haben, weil sie halt Angst hatten. Sie haben jetzt da was verpasst. Und dann die Chemie zwischen den beiden, die Komik, die Tragik. Also es ist so ein Film, der auch immer ganz, ganz toll die Balance hält zwischen lustigen und wirklich berührenden. Also ich kann oder wir können da gar nicht, gar nicht genug betonen, wie toll dieser Film ist. Ja, das kann ich echt sehen. Ich würde, das ist auch so ein typischer Film, den ich meinen Mädels halt zeigen kann und sage, das ist ein Film mit starken Frauen. Und dass die auch mit sich hadern, aber halt trotzdem irgendwie ihren Weg gehen. Und ich mag ja generell so Filme und Serien, die so die Botschaft auch mitgeben. Es ist echt egal, wie du bist, du bist in Ordnung. Und das ist, glaube ich, auch so die Kernbotschaft von Buxmaten. Ja, also bei dem Film habe ich dann auch gedacht so, also irgendwie, wo ich ein junges Mädel war, gab es einfach solche Filme nicht. Gab es einfach nicht. Oder weniger. Oder weniger oder keine Ahnung oder man hat es nicht gesehen oder es gab, weiß ich nicht, liefen alle im Kino und man ist halt nicht ins Kino gegangen. Oder es ist keiner mitgegangen oder was weiß ich. Ich weiß nicht. Also es gibt auf jeden Fall und das finde ich so toll für die Jugend heutzutage. Und ich hoffe, sie nutzen das auch und schauen nicht nur TikTok an, sondern schauen auch diese ganzen tollen Filme und Serien an. Ja, haben wir ja schon einfach welche erwähnt. Die einfach einem auch was geben und einfach auch so ein bisschen bestätigen, dass das völlig in Ordnung ist, halt wie man ist, was man ist und so vieles mehr. Tolles Ding, Buxmart. Von Olivia Wilde, übrigens, die hat Riege führt, die kennt man aus House, Dr. House oder Tron Legacy hat sie auch mitgespielt. Ja. Auch jetzt jüngst in dem Clint Eastwood-Streifen. Ja, ja, da hat sie diese eklige Journalistin-Fühle. Ja, genau, genau. Ja, genau. Tolle Frau, die ja Frauenfilme macht und das meine ich im positivsten aller Sinne. Ja. Mehr davon. Mehr davon, bitte. Deine Enttäuschung im April? Ja, auch hier wieder ein Film, den ich alleine geschaut habe. Und zwar war das Love and Friendship mit der, ja, das sagt ihr, ich weiß, das ist jetzt wieder so ein typischer Kostümfilm mit der Kate Beckinsale und wer spielt noch mit? Die Chloe Sevigny. Ja, und viele andere englische Darsteller, die ich jetzt nicht kannte und, ja, also bei dem Film, ich weiß gar nicht, wie oft ich da eingeschlafen bin, da habe ich es so vor sich hin geplätschert. Scheint ja wohl ein richtiges Highlight zu sein. Ja, nee, eben gar nicht, also, jein, nicht. Ja, und ich, äh. Ich weiß nicht, also war von der Bewertung war jetzt nicht so schlecht, aber ich fand den so richtig langweilig. Ja, ja, meinen Flop, den haben wir zusammen gesehen, ähm, das war dann, äh, eine extrem durchschnittliche Komödie und zwar, äh, Longshot. Ja, der war auch schlecht. Mit, ähm, Seth Rogen und, ähm, Charlize Theron, die, ähm, absolut null Chemie entwickelt haben auf der Leinwand, null zusammengepasst haben, obwohl das Drehbuch gemeint hat, dass das eine gute Idee wäre. Mhm. Und, ähm, deswegen hat das auch nicht gezündet und, äh, auch das Niveau der Gags und, also, der plätschert einfach so vor sich hin und das ist so ein dermaßen Nichtsagendes, da bleibt auch nichts hängen bei der Komödie. Ja, also, es gab so ein paar lustige Ideen, aber gerade das mit der Chemie und dieses, man muss sich vorstellen, sie ist Präsidentin und er ist irgend so ein, ja, aus ihrer Jugend, die hat mal Baby gesittet und hat auf ihn aufgepasst und, äh, jeder, wo Seth Rogen kennt, also, er ist jetzt alles andere als, sexy, also, zumindest, was ich unter Sexiness verstehen würde und dann ist das halt irgendwie so, ähm, hm, okay, sie kennt ihn von früher, aber warum kommen die jetzt zusammen, aber nicht, weil er sexy ist, also, das ist so, also, man kann es halt nicht nachvollziehen, wo jetzt da diese körperliche Anziehung ist, weil man spürt sie halt auch gar nicht. Und dann kommt hin und wieder, äh, kommt auch mal dieser, dieser Kifferhumor so leicht durch, da kann er sich dann wahrscheinlich doch nicht ganz zurückhalten, obwohl er, glaube ich, jetzt nicht, ähm, ich muss direkt nachschauen, ob er dafür verantwortlich ist, also, im Sinne von, ähm, im Sinne von Regie oder Drehbuch, das ist ja Drogen, aber ich glaube nicht. Regie hat Jonathan Levine, ähm, geführt, ich schaue mal bei Crew, Director, Producers, Writers, nee, der hat nicht mitgeschrieben, trotzdem scheint es mir, also, ist es auf ihn zugeschnitten und ich, ich, ich weiß nicht, ist nicht mein Humor, bin ich zu alt für, keine Ahnung, war, 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 war nicht mein Ding. Nee, meins auch nicht. War ja meine Idee. Naja, manchmal sitzt man einfach so da und irgendwie, naja, man muss ja auch dazu sagen, also das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, aber natürlich hat ein Kinojahr wie 2020 auch Auswirkungen auf die digitalen Veröffentlichungen und zwar in zwei Richtungen. Ja, ist aber von 2019. Ja, ich beziehe mich ja jetzt nicht auf den Film. Sorry. Sondern auf 2020 im Allgemeinen. Das heißt natürlich, wenn nichts ins Kino kommt, dann gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder es kommt nichts nach digital oder es gibt digitale Premieren und Erstveröffentlichungen, von denen wir 2020 tatsächlich ein paar hatten. Und die erste bislang, also die erste, die wir zumindest im Jahr 2020 geguckt haben, war tatsächlich dann im Mai. So eine gute Überleitung. Das war nämlich der Invisible Man, also der Unsichtbare. Und der Unsichtbare, wir haben halt gewartet, also der war am Anfang noch recht teuer, aber das war eine digitale Premiere. Also korrigiert mich bitte da draußen, wenn ich jetzt komplett einen Quatsch erzähle. Ich erzähle das jetzt deswegen, weil es ist zwar jetzt nicht das Highlight aus diesem Monat, aber es teilt sich im Prinzip mein Highlightplatz mit einem anderen Film, den wir beide, glaube ich, ganz gut fanden. Aber ich fand halt jetzt der Unsichtbare deswegen erwähnenswert, weil es für mich, für uns insofern halt ein Novum war, dass ein ursprünglich fürs Kino angedachter Film ausschließlich digital veröffentlicht wird. Es gibt natürlich so Direct-to-Stream-Produktionen, die Netflix natürlich auch immer wieder raushaut und mittlerweile auch Amazon. Das ist was anderes. Aber so Filme, die ursprünglich fürs Kino gedacht waren und dann direkt den Weg gefunden haben, da werden wir noch ein paar, über noch ein paar stolpern im Laufe des Jahres. Aber das war der erste. Lange, kurz Sinn, aber mein eigentliches Highlight war ein viel kleinerer Film. Ah, ja genau, der Unsichtbare war natürlich gut. Ja, der war super. Eine sehr spannende und auch eigenständig inszenierte Neuauflage, diese Thematik. Also es gab ja schon einen Unsichtbaren mit Kevin Bacon und Elizabeth Shue von, weiß ich nicht, 1900 früher. War der von Cronenberg? Ich glaube nicht. Egal, jedenfalls Neuauflage mit der Frau aus The Handmaid's Tale, deren Name ich ständig vergesse. Und der war ziemlich, ziemlich gut. Also das ist ein echt guter Thriller. Elizabeth Moss. Elizabeth Moss. Haben wir zwei. Elizabeths. Elizabeths. Der Unsichtbare wurde schon etliche Male verfilmt, also 1933, glaube ich, zum ersten Mal. Und ja, ich suche jetzt den Regisseur nicht raus. War auf alle Fälle, der ist wirklich gut, sollte die den noch nicht gesehen haben. Den kann man sich in jedem Fall angucken. Waren wir positiv überrascht. War sehr spannend. Also ich finde sie ja echt eine super Schauspielerin. Ich mag sie. Ja, ich weiß nicht, was es ist. Sie ist eine gute Schauspielerin, zweifelsohne, aber sie ist mir nicht sympathisch. Also ich weiß nicht, warum. Das ist eine ganz persönliche Einstellung, aber sie ist eine gute Schauspielerin. Dann ist sie. Definitiv. Also auch dein, also ja, aber unser Highlight eigentlich im Mai oder Mainz, Mainz glaube ich dann auch, war ein Film für alle, die sich dafür interessieren, was zur Hölle denn Shia LaBeouf so macht. Er macht The Peanut Butterfucking. Genau. Von 2019. Genau. Ein kleines, ein Kleinod, ein Indie-Film über einen jungen Mann mit Down-Syndrom, der von einer Karriere als Wrestler träumt. Ja, war toll. Und eine ungleiche Paarung, also der reist irgendwie aus aus dem Heim und möchte zu seinem großen Idol, weiß ich jetzt nicht mehr, wie der hieß, möchte er und möchte Wrestling lernen, weil er von dem halt ständig Wrestling-Videos geguckt hat. Und es trifft, er trifft halt Shia LaBeouf, der halt so einen ziemlich abgefuckten Typen spielt, der irgendwie ständlich Scheiße gebaut hat und jetzt irgendwie, ja, er das Weite suchen muss. Und irgendwie finden die beiden sich total ungleich. Ja, und dann noch die Dakota Johnson, die die Sozialarbeiterin ist und ihn ja wieder einfangen will und wieder zurückbringen. Und sie finden sich dann auch und ja, eigentlich will man gar nicht so viel erzählen. Nee, aber es ist ein sehr, es ist ein Roadmovie. Ja. Im Grunde, manchmal auch auf dem Fluss, aber im Grunde ist es ein Roadmovie, der wirklich das Herz im rechten Fleck hat, nicht viel falsch macht. Also es ist echt ein ganz schöner Herzensfilm. Ja, der ist total toll. Peanut Butterfucking. Ganz dicke Empfehlung. Falls ihr den noch nicht gesehen habt. Was war deine größte Enttäuschung? Ich glaube, ich weiß es. Gott, war der schlecht. Wie heißt, also im Englischen heißt er Color Out of Space. Ja, die Farbe aus dem All. Genau, mit Nicolas Cage. Ist eine H.P. Lovecraft inspirierte Verfilmung. Bin immer noch traumatisiert. Die weiß ich nicht. Aber du fandst den doch auch nicht gut, oder? Nee, ich fand ihn besser als du. Ach so. Ich fand ihn besser als du, wobei der schon echt strange war. Es ist so eine Mischung aus Mystery und Splatter. Also es ist eine ganz krude Mischung, wo, ich glaube, ging es um Asteroiden oder sowas? Ja, ja, ja. Wo halt irgendwie ein Asteroid in der Nähe eines sehr abgelegenen Hauses einschlägt, wo Nicolas Cage mit seiner Familie wohnt, der sich da eigentlich zurückgezogen hat, weil er Autor ist, glaube ich. Ja, ich glaube, er versucht ihn gut zu schreiben. Und irgendwie hat dieser Asteroid, bringt irgendwas mit sich, was die Leute halt einfach seltsam werden lässt und ihn halt auch am Rande in den Wahnsinn treibt. Wie es halt für Lovecraft so üblich ist. Ja, aber nicht nur in den Wahnsinn, sondern da entwickeln sich dann auch ganz komische Formen, Gestalten. Tiere mutieren und so. Ja, also es ist auch so eklig, teilweise mit anzugucken. Also einfach zu sagen, das will ich jetzt eigentlich gar nicht sehen. Nein. Es ist wie so ein ganz schlechter Trip eigentlich, wenn du die falschen Filme eingeworfen hast. So ist die Farbe aus dem All. Und ja, Nicolas Cage hat sich ja in den letzten Jahren, möchte ich fast sagen Jahrzehnten, auch so einen ganz komischen Ruf, er schauspielert, der überhaupt nichts mehr mit seiner preisgekrönten Performance in Living Las Vegas gemein hat. Der spielt halt eigentlich nur noch Trash. Ja, und das ist mal mehr, mal mehr, mal besser bewertet irgendwie. Also es gibt schon auch viele Filme, wo auch immer wieder, es heißt, ja, Nicolas Cage, bester Film, bla bla bla. Ja, ich gebe schon so ein paar, so Mandy oder so würde ich gerne mal sehen. Ich glaube, der ist auch abgedreht. Ja, ich glaube, wie heißt der andere? Joe? Der soll auch ganz gut sein. Reizend ist null. Ja, null. Also das ist so, ja, von mir aus mag er vielleicht auch gute Filme gemacht haben, aber der zieht einfach bei mir nicht mehr. Nee, nee. Der Zug ist abgefahren. Seit Con Air, mit seiner Rudi Völler Gedächtnisfrisur, es ist vorbei. Nee, also die Farbe aus dem All, kein Highlight für uns, ein Flop im Mai 2020. Und dein Flop? Ja. War das auch dein Flop? Ja. Achso. Ja, das war der schwächste. Okay. Dann kommen wir zu einem erfreulicheren Monat, nämlich zum Juni. Das heißt ja, der Mai war ja, was das Highlight betrifft, auch erfreulich. Und was hast du für ein Highlight im Juni? Ja, da habe ich nämlich den Jojo Rabbit rausgesucht. Von Taika Waititi, den wir sehr verehren. Abgöttisch, abgöttisch lieben. Den wir sehr verehren, der einfach eine, das so coole Socke ist, mit einem ganz tollen Humor, der zuletzt für uns in Erscheinung getreten ist als Regisseur für The Mandalorian, auch eine Serie, die wir sehr, sehr mögen. Und der hat mit Jojo Rabbit mal wieder ein etwas Eigenständiges geschaffen und wirklich ein Kleinod. Im Grunde geht es ja um einen kleinen Jungen, der im Nazi-Deutschland aufwächst und dessen imaginärer Freund Hitler ist. Gespielt von Taika Waititi. Genau. Seine Mutter, gespielt von Scarlett Johansson. Ja, die wirklich ganz toll ist. Also sie war ja auch für die Rolle, auch für den Oscar nominiert. Weiß ich gar nicht mehr. Also wenn, dann auf jeden Fall zu Recht, weil sie halt wirklich ganz toll ist in dem Film. Ja, und es ist einfach eine, es ist halt ein extrem schwer verdauliches Thema, das Taika Waititi da angeht. Ähm, aber aus der Sicht dieses Jungen einfach so unglaublich liebevoll verpackt und eben auch komisch. Also dieses Komische in diesem grauenvollen Krieg zu finden, das ist halt auch eine, es ist jetzt kein Film, der geprägt ist von irgendwelchen Schlachtenszenen oder so, aber der Junge, der glaube ich, wird da auch in so ein komisches Nazi-Camp geschickt. Hitler-Jugend, wo dann der Sam Rockwell doch diesen Ausbilder da spielt. Also durch die Bank, grandios. Ja, absolut. Wirklich, also Jojo Rabbit oder Jojo Rabbit, ein absolutes Highlight. Solltet ihr den noch nicht gesehen haben, bitte angucken. Dürft aber auch mal eine, er dürft auch eine Tempotaschentuch breitlegen. Es kann durchaus vorkommen, dass, ja. Ich weiß es nicht mehr, ob ich geweint habe. Dass Pipi in die Augen kriegt. Ich weiß nicht mehr, ob ich Pipi in den Augen hatte. Was ist denn dein Flop im Juni? Ich glaube auch, da dürfen wir ziemlich nah beieinander liegen. Ja, es war jetzt nicht in dem Sinne ein Flop, aber sagen wir es mal so, auch hier wieder die Frage, hat es den jetzt gebraucht oder nicht? Und das war der, ja, dann der Zombieland Double Tap, also Zombieland 2. Doppelt hält besser, glaube ich, heißt ja dann auf Deutsch. Und ja, also, nee, einfach nee. Nee, hat es nicht gebraucht. Also ich fand den ersten ja echt originell. Einfach auch, weil er erfrischend anders war. Also gerade dem, der sehr ausgelutschten Zombie-Genre dann mal wieder was Neues abgewinnen konnte. Sehr lustig, coole Einfälle mit diesen Regeln und so. Und das versuchen sie halt einfach irgendwie. Ja, auch diese Viererkonstellation, die war auch sehr cool. Ja, und jetzt kommen da, also sie machen das gleiche, sie versuchen irgendwie das gleiche nochmal, aber es ist irgendwie, funktioniert nicht mehr. Vielleicht sind wir erwachsener geworden. Vor allem ja. Ja, wenn ich den alten, also den ersten Zombieland nochmal gucken würde, ob ich den, aber ich glaube schon, dass ich den immer noch gut finden würde. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Ja, das war nix. Also unser Flop im Juni war Zombieland 2. Ich finde es gut aus, wir sind ein zweites Kind eigentlich stillig fest. Also vor allem bei den Highlights. Also Flops hast du ja dann auch mal hin und wieder alleine geguckt. Den habe ich dir alleine erschaffen. Da bin ich dir ja gar nicht so traurig. Juli. Juli 2020, glaube ich, ist unser Highlight unangefochten. Wieder das gleiche. Welches war es denn? The Gentleman von Guy Ritchie. Oh ja. Oh ja. Also der Film, also man muss auch dazu sagen, der ist von 2019. Und den haben wir, der lief glaube ich Ende 2019, Anfang 2020 lief der in den Kinos. Und den haben, wir wollten den anschauen, aber haben es dann irgendwie, wahrscheinlich glaube ich aus Zeitgründen, also lief der dann wieder so doof, so nur abends oder so. Weil das ist so ein typischer Film, wenn die Kinos voll sind mit vielen Filmen, und dann laufen die immer nur abends und haben es halt nicht reingeschafft. Und ja, er ist wirklich sau, sau gut. Und er macht von der ersten Sekunde bis zur letzten Sekunde einfach nur Spaß. Ja. Also wirklich. Also das ist, finde ich, kann man das sagen, der beste Guy Ritchie-Film? Es ist, ja, es ist Guy Ritchie at its best. Also wer Guy Ritchie-Filme mag, und ich finde, er hat nicht nur gute gemacht, ich mochte den, mit diesem grünen Körper, Seven Psychos war der auch von Guy Ritchie. War der wirklich? Ja, der war furchtbar. Also, aber The Gentleman ist so unglaublich, also der macht allen Spaß, offensichtlich. Also die Hauptdarsteller sind alle gut aufgelegt, die Story ist leichtfüßig, Hugh Grant hat eine fantastische Rolle in diesem Film, und wir hatten wirklich einen Heidenspaß mit The Gentleman. Nee, hat er nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. Aladdin hat er gemacht, und der Schlimmste von ihm ist King Arthur. Ja, ja. Eindeutig. Ja, dann habe ich den verwechselt, Seven Psychos. Jedenfalls ist der, das ist wieder ein absolutes Highlight. Natürlich dürft ihr halt wie für jeden, also für Guy Ritchie-Filme dieser Art natürlich erwarten, dass es halt nicht zimperlich zugeht. Aber Matthew McConaughey in der Hauptrolle ist fantastisch. Also das ist echt ein absoluter Hingucker. Dieser Film ist mega gut, macht Spaß, schwarzer Humor, vom Feinsten. Ja. Mehr kann ich dazu eigentlich nicht haben. Ja, kann man auch nicht, also weil du hast ja schon die Besetzung erwähnt, und das ist halt, also perfekt. Also durch die Bank. Also, und ich glaube, dass die sich auch gegenseitig, ja, die haben halt einfach Spaß, das siehst du halt auch, die sind alle super gut drauf. Und die Dialoge, und ich glaube, ich wiederhole jetzt eh das, was du sagst, aber. Spritzig. Es ist, ja, spritzig, das ist das richtige Wort. Ja, das macht so Laune. Fantastisch. Keine Laune gemacht hat mir The Old God. Ja, mir auch. Das ist, also. Eine Netflix-Produktion, Charlize Theron zum Zweiten. Ja, ein bisschen besser wie der andere Kackfilm, wo wir nicht fertig geguckt haben. Das war ja der schlechteste Film 2019. Ja, das war dieser, dieser, mit dem Ryan Reynolds. Blah, blah, blah. Ich hab's verdrängt. Egal. Bitte nicht, nicht nur mal nachschlagen. Ich schau nicht nach. Jedenfalls ist der, The Old God, wäre jetzt, ich sag mal, von der Story her, hat so ein bisschen Highlander-Vibes. Ja. Ja, so, unsterblich ging sie bummsi, machen sie auch keinen großen Hilde aus, aber diese Popmusik. Oh ja, ja, das war wirklich tatsächlich, also das muss man auch mal schaffen, dass sich ein Film, weil die Musik so schlecht ist. Einfach abwertet. Das wertet ihn total ab. Also die ganze Zeit werden irgendwelche, so von der Action, also der hätte locker eine Drei gekriegt, aber so, ich mein, mit zwei ist er eigentlich echt noch gut bedient. Aber die Musik, die war so. Vollkommen uninspiriert einen Popsong reinwerfen, der einfach die Stimmung nicht dazu passt und einen kaputt macht. Wahrscheinlich haben sie gedacht so, ah, ich glaub für die Musik ist dann Til Schweiger zuständig und der sucht dann die Lieder aus, ey, keine Ahnung, das ist so. Ich glaub einfach, ich glaub einfach, meine Theorie ist, dass Filme wie dieser einfach, also das ist eine andere Zielgruppe. Ich glaube, dass es eine Zielgruppe gibt, die sowas ganz cool finden. Ja? Ja. Und das sind nicht wir. Nee. Six Underground ist der, glaub ich, der andere. Ja, ja, ja. Das Gleiche, auch Popsongs reingeworfen, vollkommen uninspiriert. Ich weiß nicht, woher das kommt. Vielleicht empfinden das nur wir so. Würde uns auch eure Meinung dazu interessieren, wie ihr sowas wie The Old Guard jetzt gerade mal im Bezug auf die Musik. Also, wenn ihr zum Beispiel jetzt sagen würdet, ja, dem fand man ganz gut und die Musik ist mir nicht negativ aufgefallen, dann tickt ihr schon mal komplett anders als wir. Ja, 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 das hab ich aber von einigen gehört, dass die das nicht schlimm fanden. Weil das war auch immer dieses, oh, die Musik, was? Also, ich bin halt jemand, wir haben leider aus GEMA-Gründen, sonst hätten wir das schon längst gemacht, noch keine Lieblings-Soundtracks-Folge gemacht. Das ist ja was, was ich eigentlich immer schon mal machen würde, aber das geht halt aus GEMA-Gründen nicht. Wenn man sie, zumindest wenn man sie einspielen möchte, könnte sich ja mal überlegen, das zu machen, ohne die Idee einzuspielen, einfach mit einer Playlist. Das wäre mal ein Vorsatz fürs laufende Jahr, oder? Mal so eine Lieblings-Komponisten zusammenstellen und dann eine Spotify-Playlist dazu veröffentlichen, die ihr euch dann anhören könnt. Lange, richtig kurz zu sehen. Wir stehen auf gut gemachte Filmmusik. Auch Popsongs kann man einsetzen, dass sie passen. Es gibt halt Filme, die nur Popmusik oder Musik als Soundtrack haben. Das soll ja immer, also ich habe ja nichts gegen Popsongs, also jetzt nicht falsch verstehen. Tarantino macht das zum Beispiel meisterlich. Ja, wobei. Musik zu seinen Filmen einzusetzen. Ja, aber so zum Beispiel so ein, was mir so spontan eingefallen ist, Garden State ist zum Beispiel auch so ein Film, der hat perfekte Soundtracks. Perfekte Musik. Genau, oder Sexy Driver? Nee, nicht Sexy Driver. The Driver? Nee, auch nicht The Driver. Wie heißt er denn? Baby Driver. Baby Driver, genau. Der war auch ein super Soundtrack. Also der war ja nur fast durchgehend mit Songs und die waren alle perfekt. Old God ist es nicht. Nein. Und das ist halt. Vor allem halt, weil das passt halt, also wie du sagst, es ist irgendeine Highlander-Story und dann kommen irgendwelche komischen Lieder dazu. Ja. Und wie gesagt, ich möchte hier nicht, also ich möchte nochmal hervorheben, dass ich mich nicht grundsätzlich an Songs und auch nicht an Popsongs in Filmen störe. Aber ich störe mich dran, wenn die halt vollkommen uninspiriert da reingeworfen werden. Und für mich dann die Stimmung in dieser Szene, und da waren wirklich Sonde dabei, also okay, da ist jetzt irgendwie total, total düstere Stimmung, keine Ahnung, der ist gestorben, der ist gestorben und alle sind am Ende und dann kommt irgendwie so ein hämmernder Popsong mit, 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 ach, wir regen uns über den Film mehr auf, als er eigentlich wert ist. Ja, ich wollte es auch gerade sagen. Schluss jetzt. Schluss jetzt mit The Old God. Und dem Juli kommen wir zum Monat meines Geburtstages. Klimpa, Klimpa. Klimpa, Klimpa. Dem August. Ja. Das war dein Highlight. Ich glaube, da sind wir jetzt, da gehen wir auseinander. Ja, auch hier wieder ein Film, den ich alleine geschaut habe, und zwar der Film war für nämlich ein absolutes Highlight. Und so im Nachgang würde ich den sogar gerne nochmal anschauen und vielleicht irgendwann besitzen, und zwar Emma. Die zigste Neuverfilmung. Mit? Mit der jungen Dame von Ein-Damen-Gambit. Ach, die. Ja, ach, die. Queen's Gambit. Queen's Gambit. Und die ist wirklich die Anya Tyler-Joy. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Weißt du. Anya Tyler-Joy. Ja, Anya Tyler-Joy, ja. Ja. Genau. Und das ist mal wieder eine, finde ich, also ich bin ja immer, ich bin ein absoluter, also jeder, der mich kennt, weiß ja, dass ich ein absoluter Jane Austen-Film, also Fan bin, also jetzt nicht von jedem Film, aber von den meisten Filmen. Und wenn dann halt eine Neuverfilmung kommt von einem Thema oder von einem Film, wo ich eh schon einen gesehen habe, wo ich schon sehr gut finde, und zwar den mit Queen's Paltrow als Emma, ist es natürlich so, braucht es das jetzt? Und leider ist es auch immer so, dass die Trailer manchmal nicht Lust auf diese Filme machen. Und in dem Falle war es auch so. Und ich habe erst mal ewig überlegt und dann dachte ich so, nein, jetzt schaust du mal an. Und ich habe es nicht bereut. Der ist richtig gut. Ja, kann ich nichts zu sagen. Werde ich auch wahrscheinlich nie was zu sagen können, weil ich, wie ihr alle wisst, kein Jane Austen-Fan bin. Und deswegen, den ich gesehen habe. Nein. Aber ein anderes Highlight, das ein Highlight ist, das eigentlich, also ein sehr, sehr altes Highlight, und zwar weiß ich noch ganz genau, du warst nicht zu Hause, was sehr selten vorkommt. Du warst irgendwo eingeladen und ich habe auf Disney Plus einen Klassiker nachgeholt, den ich auswendig konnte. Und das klingt jetzt paradox, weil ich den Film noch nie gesehen habe oder gesehen hatte. Und zwar hatte ich als Kind ein Hörspiel auf Kassette, auf MC. Und dieses Hörspiel kannte ich auswendig. Und ich fand das so faszinierend und ich habe den Film nie gesehen. Und ich habe diesen Film geguckt, der aus dem Jahre 1979 stammt. Und das war so ein Nostalgie-Flashback und ich konnte den immer noch auswendig. Ich konnte diverse Passagen mitsprechen und es handelt sich um das Schwarze Loch mit Maximilian Schell und Anthony Perkins. Die Musik ist von John Barry, der mit dem Wolf tanzt, gemacht hat. Grandioser Soundtrack, grandioses Titelthema. Die Effekte natürlich dem Jahr 1979 entsprechend. Die Story, ich glaube ohne diesen Nostalgie-Bonus weiß ich nicht, ob der so der Rede wert ist. Aber ich war da total im siebten Himmel, als ich diesen Film gesehen habe. Ich glaube, du hast es dann am nächsten Tag zu spüren bekommen, als ich dann diese Titelmelodie ständig laufen lief. Ja, weil den kannte ich. Also die Titelmelodie kannte ich und ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich den Film nicht auch mal gesehen habe. Ich glaube schon. Ja, also Schwarze Loch 1979 für mich das Highlight im August einfach, weil es für mich so eine totale Reise in meine Kindheit war. Und ich habe dieses Cover von der Kassette vor meinem geistigen Auge, ich weiß genau, wie die ausgesehen hat. Also diese Europa-Hörspiele. Und ja, es war im Prinzip ja, waren das Schnipsel aus dem Film zusammengeschnitten, wie es halt so üblich ist. Es haben natürlich auch Passagen gefehlt, die ich jetzt im Film zum ersten Mal gehört habe. Aber so die Musik, original und ja, fantastisch. Nostalgie ist einfach nicht zu toppen. Deine Enttäuschung oder dein Flop im August, was war das? Ja, das war halt The Climb. The Climb. Ja, The Climb war ja dieser Film, zu dem wir ja auch schon einen Podcast veröffentlicht haben, wo wir ja vorab die Möglichkeit hatten, was uns sehr gefreut hat, den Film zu gucken. Haben dem dann aber ein, also er ist durchschnittlich empfunden und vielleicht ist auch nicht so ganz unser Humor. Ich glaube damals, wenn ich mich recht entsinne, haben wir den Film attestiert, dass er für uns keine Identifikationsfiguren hat. Also dass der halt niemanden, da ist niemand dabei, den man mag. Und das macht es mir immer so ein bisschen schwierig. Kann ich verstehen, aber mein Flop ist ein anderer. Okay, also jetzt gerade wegen The Climb. Was ich halt im Nachgang immer oft das gelesen habe als Kritikpunkt ist, dass der Film ja eigentlich ein Kurzfilm ist. Und die Story dann so ein bisschen und auch der Film an sich ein bisschen ausgeweitet wird auf Spielfilmlänge. Und das finde ich, merkt man auch, weil es die Geschichte einfach nicht mehr hergibt. Also ich denke, als Kurzfilm hätte er bestimmt wahnsinnig gut funktioniert, hätte wahrscheinlich auch besser gefallen. Aber als langen Film gibt es halt einfach nicht viel her. Die Story einer sehr toxischen Freundschaft mit Leuten, die einfach Dinge tun, die, also unangenehm, also das ist auch so ein, also ein eher unangenehmer Film. Also im Sinne von unangenehme Hauptfiguren und ja, die tragen für mich nicht. Kann ich verstehen. Was war dein Flop? Ja, da muss ich, muss ich leider, muss ich dich da jetzt enttäuschen, aber mein Flop, mein Flop im August war Manhunter. Achso. Also wir haben Manhunter, Roter Drache, also die Roter Drache, Verfilmung aus dem Jahr 1986 für mich zum ersten Mal geguckt. Und muss ganz klar sagen, das ist nicht mein Fall. Und ich glaube, dass man den, wenn man den damals nicht gesehen hat und damals nicht fasziniert war, ist der heute einfach schwer zu tragen. Ja, also ich kenne ihn ja schon etwas länger und ich weiß jetzt nicht, ob ich genau aus dem, ich glaube nicht, dass ich ihn, wo er rauskam, gleich gesehen habe. Ich weiß es nicht, aber ich war ja schon immer fasziniert von Filmen, die mit Serienmördern oder das ganze Hannibal Lecter sowieso. Also das Thema und, okay, 1986, da war ich sechs Jahre alt, nee, elf Jahre. Ja, also ich habe den damals definitiv nicht mit elf gesehen, aber ein bisschen nicht später. Und ich fand ihn gut, ich mochte halt das Thema, ist klar, und auch die Darsteller und auch die Musik. Und ja, du nicht, ist ein bisschen so psychedelic. Ja, also 80er Jahre, ganz schön. Ja, also ich sage mal, fairerweise muss man sagen. Und auch hier wieder, klar, Nostalgiebonus. Ja, für keinen schlechten Film, aber so, wie es halt oft so ist. Also das hat man ja auch in einer Beziehung, in einer langjährigen Beziehung immer wieder mal, dass man seinem Partner oder seiner Partnerin einen Film aus seiner Jugend zeigt, den man total faszinierend fand und dann feststellt, also dann der Partner überhaupt nicht begeistert ist. Und manchmal passiert es auch, dass man selber feststellt, okay, eigentlich ist der gar nicht so gut. Ist er ja auch nicht. Ich muss sagen, er entspricht halt meinen Sehgewohnheiten überhaupt nicht mehr, was jetzt kein, ich mochte ihn einfach nicht. Wobei ich habe ihm schon dreieinhalb. Der hatte so Längen, also er hatte schon ein paar Highlights, ganz klar, aber er war ansonsten viel zu lang und viel zu 80er. Naja, okay. Kommen wir zum September. Zum September. Da habe ich, machen wir es kurz, nichts. Kein Highlight, kein Flop, gar nichts. September haben wir eigentlich nichts geguckt, außer wahrscheinlich Act X. Ja, aber ich habe wieder was geguckt. Du hast was geguckt. Ja, wobei, wir haben ja, Star Trek haben wir mit einer Tochter zusammengeschaut. Ja gut, aber den haben wir halt wieder geguckt. Also X-Men und Star Trek. Also ich habe drei Filme geschaut im August und zwar, das waren zwei Dokus. September. September. Ach, sind wir schon weiter. Entschuldigung. Im September habe ich einmal zwei Dokus auf Netflix gesehen und zwar das Disclosure. Da geht es um Transgender. Und das ist wirklich, also wenn ihr die Dokumentation noch nicht gesehen habt, die müsst ihr wirklich sehen. Also das ist wirklich, also eine, ein Teil von Hollywood, den ich klar natürlich so nicht kannte und ich glaube viele andere auch nicht und es ist sehr, sehr ausschlussreich und auch sehr berührend, wie da Hollywood auch teilweise mit diesen Menschen umgegangen ist. Ich habe heute seiner Sicht, die so in Teilen mitgeguckt hat. Ja, ich glaube den Schluss hast du noch so mitgeschaut. Genau. Die andere Dokumentation, die ich auch ganz toll fand, die man auch auf jeden Fall sich anschauen kann, ist The Social Dilemma. Da geht es halt um soziale Netzwerke und die Auswirkungen auf das alltägliche Leben. Und ja, jeder kennt es, jeder, der in irgendeinem sozialen Netzwerk ist, sei es jetzt Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Ist das ein soziales Netzwerk? Okay. Ja, und ja, was das halt einfach mit den Menschen macht oder auch nicht. Und es ist sehr gut. Dann habe ich noch Official Secrets angeschaut. Der war auch gut. Und zwar geht es um die junge Dame, die junge Engländerin, die geleakt hat. Und zwar die, oh Gott, was hat jetzt nochmal geleaktes, Josh, wieder? Spielt ja keine Rolle. Hat was geleakt. Sie hat was geleakt, genau. Ich glaube, die Folter-Sachen. Ja, und wie sie dann halt angeklagt worden ist. Ja, guter Film mit Kira Knightley. Kann man sich auch anschauen. Wow, und was ist jetzt dein Highlight? Disclosure und Social Dilemma, beide zusammen. Kein Flop. Nein, kein Flop. Flop gab es nicht im September. Im Oktober schon. Aber im Oktober, glaube ich, haben wir auch wieder ein gemeinsames Highlight, kann das sein? Ja, also wobei der Oktober jetzt auch nicht so viel hergab. Nee, du hast ein anderes Highlight, aber gut. Ja? Okay. Gut. Für mich war mit drei Sternen Borat das Highlight. Borat Subsequent Movie Film. Ja, genau. Also der zweite Borat-Film. Ich habe den sogar dreieinhalb gegeben. Ich weiß nicht, wer Borat mag, wird auch diesen Film lieben. Wobei seine Tochter, die Filmtochter quasi im Jahr teilweise schon auch die Show stiehlt. Absolut. Also die macht er schon so. Er geht halt wieder da ein, wo es wehtut. Ja. Auch zu Rudolf Giuliani, diesem schmierigen, ekelhaften Typen. Das ist wirklich, also dass der da nicht gerichtlich gegen den Film eingegangen ist, verstehe ich nicht, weil das ist wirklich nicht, teilweise nicht mit anzuschauen, was der mit dem Mädel da macht oder machen will. Ja, machen tut er ja nichts. Aber er deutet halt an. Ja, aber er deutet ganz schön viel an und das ist einfach nur ekelhaft. Und dann überlegt man sich, das ist der Retter vom 1. September. Also der hat ja New York, der war ja damals der Bürgermeister. Also wenn ich es noch richtig weiß und hat doch da das alles gemanagt und alle waren happy, dass es damals der Bürgermeister war. Und es ist einfach nur ein alter, widerlicher, perverses Arschloch. Abgesehen mal davon ist es Trump sein Anwalt, der immer noch versucht, den irgendwie, keine Ahnung, zu vertreten oder auch nicht. Ich wundere aber, dass du kein anderes Highlight hast. Wieso? Weil ich habe das Trial of the Chicago 7. Den fand ich ziemlich groß. Scheiße, ja. Den hast du nicht gelockt, oder? Doch. Das ist eigentlich auch das Highlight. Verdammt. Da habe ich jetzt irgendwie, genau, und zwar, da hat sogar Einstein mehr. Ja, das ist eigentlich. Das habe ich jetzt gewundert. Wir gehen jetzt zurück. Ja, Chicago geht auch wieder um den Gerichtsprozess. Spielt auch Sacha Baron Cohen mit, passenderweise. Okay, dann. Aber ich finde, Borat muss man auch irgendwie. Ja, also der ist toll. Ich mochte den. Ich habe gedacht, war lustig. Aber Trial of the Chicago 7 ist von Aaron Sorkin. Wer Aaron Sorkin kennt, weiß, dass er einfach ein begnadeter Drehbuchautor ist, der einfach gute Dialoge schreiben kann. Er ist besser im Schreiben als im Regie führen, macht aber bei dem Film nichts, weil der Film einfach komplett routiniert inszeniert ist, ohne irgendwelche Aufreger optisch. Aber da geht es ja auch um die Story von sieben, zum Teil sehr unterschiedlichen Menschen, die vor Gericht stehen, wegen aus dem Ruder gelaufenen Protesten in Chicago. Ich glaube, da ging es um Vietnam. Also das war halt so eine Studentenbewegung, so eine Hippiebewegung, so eine Lehrerbewegung. Also es waren halt verschiedene. Also es gab die Hippies, die halt gegen den Vietnamkrieg, dann gab es dann halt die Black Panther, die dann halt auch demonstriert haben. Dann gab es halt die Studenten. Also es gab halt, jegwähliges Couleur war halt da in Chicago irgendwie vertreten. Die aus unterschiedlichen Gründen protestiert haben. Genau, und irgendwie wurden die alle in einen Topf geworfen und wurden dann alle von der Polizei niedergeprügelt. Und vor Gericht gestellt. Und vor Gericht gestellt. Es ist halt eskaliert und die müssen sich da halt wegen Aufwiegelung vor Gericht verantworten. Und man begleitet halt diesen Prozess und diese höchst unterschiedlichen Charaktere. Und ich fand den… Der ist richtig. Also vor allem… Entschuldigung. Ja. Nein? Das ist einer der besseren Netflix-Filme. Ja. Ja. Das ist eine Netflix-Produktion und die ist tatsächlich im Vergleich zu The Old Guard. Und vielen anderen Action-Sachen. Also ich glaube Action ist einfach nicht die näher Ding. Naja, wie gesagt, ich glaube nicht. Wir sind nicht die Zielgruppe. Oder wir sind nicht die Zielgruppe. Okay. Aber der ist gut. Das ist doch unsere Schuld. Ja. Und ist echt der… Der Dings-Team spielt mit. Dings-Team? Ja. Ja. Nachschauen. Wie heißt er denn? Eddie Redmayne. Eddie Redmayne. Eddie Redmayne spielt mit. Und ja, Sacha Baron Cohen. Da steht es ja eh. Jeremy Strong. Mark Rylance. Den ich sowieso mag. Joseph Gordon-Levitt. Michael Keaton. Genau. Oh ja, was auch super war, der Franklin Geller als der älste Richter. Ja, ja. Also der hat auch unglaublich gespielt. Der war auch toll. Er ist in echt, gehört zu dem besseren Gerichtsrahmen. Irgendwie glaube ich, ich will nicht sagen, dass wir ein Faible für Gerichtsrahmen haben. Also ich schon. Aber wir gucken die ganz gerne. Ja, also alles, was irgendwie mit auf… Aufarbeitung. Aufarbeitung von irgendwelchen geschichtlichen, also historischen Begebenheiten. Ja. Alles, was irgendwie im Gerichtssaal spielt. Ja. Also ich kann mich auch gut daran erinnern, dass ich als junges Ding habe ich… Also Perry Mason habe ich glaube ich auch. Nee, habe ich jetzt nicht geguckt. Das war ja… Also das haben wir ja auch… Diese Neuverfilmung haben wir ja auch noch nicht geschaut. Nein. Du notierst ja mal geistig. Serie. Serie, ja. Läuft aber nicht mehr auf Sky. Nee. Ja, also das war mein Highlight. Meine größte Enttäuschung oder mein Flop im Oktober war ein Film. Wahrscheinlich haben wir die gleiche. Auf den ich mich eigentlich sehr gefreut habe, weil er von jemandem stammt, den ich früher, ich würde jetzt mal sagen so Ende 90er, Anfang 2000er, sehr verehrt habe für seine abgedrehten Drehbücher, aus denen einige meiner absoluten Lieblingsfilme hervorgingen, wie zum Beispiel Stranger Than Fiction oder Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Und zwar ist die Rede von Charlie Kaufman. Und Charlie Kaufman hat eine Netflix-Produktion gemacht mit dem Namen I'm Thinking of Ending Things. Und das ist mal ein schräges Ding geworden. Also man rechnet ja schon mit Charlie Kaufman schräg. Ja, aber das ist einfach nur mal hoch 10. Ja, aber ich muss die jetzt gleich mal korrigieren. Also entweder ist Letterboxd, das stimmt da nicht, aber ich habe nichts gesagt. Okay. Was denn? Alles gut. Nix. Habe ich was falsch gesagt? Nein, ich habe mich wieder verlesen. Ja, Charlie Kaufman, genau. Was ich, wie gesagt, ich hatte ja mit Strange gerechnet. Und Charlie Kaufman weiß man ja im Grunde, auf was man sich einstellt. Meine Kritik auf Letterboxd besteht aus drei Buchstaben. What the fuck? Aus WTF. Ja, also ich würde fast schon sagen, ich weiß, was das Problem von dem Film ist. Er hat keinen Humor. Ja. Bei den anderen ist irgendwo immer noch so eine humoristische Komponente dabei. Ja. Aber bei dem, der ist ja frustrierend. Ich meine, der hat jetzt nicht so wahnsinnig viele Drehbücher geschrieben, muss man halt dazu sagen. Er hat halt Confessions of a Dangerous Mind, mochte ich. Adaptation, mochte ich. Being John Malkovich, mochte ich. Eternal Sunshine, mochte ich. Wo ist Being John Malkovich? Ach da, sag mal. Mein Gott. Was denn? Ach, weil ich es immer nicht gleich sehe. Und, ja, das hat er geschrieben und Regie geführt hat er eh nur bei dreien. Also es ist in New York und jetzt bei dem. Und ich weiß nicht. Also der war echt strange. Ich sehe gerade, Stranger Than Fiction ist nicht von ihm. Stranger Than Fiction ist nicht von ihm. Und ich dachte aber, das muss ich jetzt aber tatsächlich mal googeln, während du deine Meinung zu Thinking of Ending Things kundtust. Ja, also ich glaube, da lässt sich auch nicht so viel dazu zu sagen, weil wir sind da sehr konform. Also ich glaube, ich fand ihn noch schlechter wie du, weil er halt einfach nur Confused ist. Also er verwirrt halt auch und die Geschichte ist so, keine Ahnung. Ich muss mich gerade korrigieren. Stranger Than Fiction hat Charlie Kaufman überhaupt nichts zu tun. Der ist von Mark Forster und geschrieben von Zach Helm. Insofern weiß ich nicht, wie ich da drauf komme. Vermutlich, weil er Charlie Kaufman Vibes hat. Ja, eindeutig. Hat er ja auch. Also Korrektur, Stranger Than Fiction, nicht von Charlie Kaufman. Trotzdem komischer Film. Total weird. Total komisches, also total abgedrehtes, komisches Ende. Ja, auch die Schauspieler passen auch. Also ich mag ihn, ich mag ihn, ich mag eigentlich beide. Nee, sie mag ich nicht. Aber er ist so, also er ist ein toller Schauspieler. Er hat ja bei Beding mitgespielt, bei Fargo in der Serie. Aber sie, also ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was das sein soll. Ihr könnt ihn euch gerne mal angucken, macht euch auf was gefasst. Der ist total abgedreht. Ich habe nicht verstanden, um was es in dem Film geht. Und das, ja, hat mich ziemlich ratlos zurückgelassen. Ja, das ist das richtige Wort, ratlos. Kommen wir zum November. Da habe ich nichts. Kann ich auch wieder komplett hier überlassen. Ja, ich habe da, was habe ich denn da? Ich habe einen, weil man halt einfach so eben, ja, auch hier wieder, was guckt man denn? Und da kam dann halt auf Netflix, da habe ich halt den Trailer zu, Holiday. What? Genau, what? Es ist eine Rom-Com, eine Netflix-Produktion mit der Schwester, ist es die Schwester von Julia Roberts? Die, äh, Emma Roberts und Luke Bracey. Das ist das Liebespaar. Und im Prinzip geht es halt darum, dass man halt, ähm, die Idee dahinter ist, also ein Holiday zu haben ist, dass man halt jemanden hat, der halt quasi an Weihnachten und Silvester und an allen Feiertagen, dass man den halt dann mitschleppen kann. Und dann hat, dass man nicht allein ist. Genau, dass man nicht allein ist und Familie gibt halt auch eine Ruhe. Das wissen nur die anderen halt nicht und man spielt denen halt was vor und, ähm, wie es halt immer so ist, am Anfang ist natürlich erstmal so, äh, ich mag dich nicht und am Ende so, ich liebe dich und, äh, nein, nein, nein. Ja, er ist ganz okay. Aber das war es dann auch schon. Und mehr haben wir ja auch nicht, also wir haben wirklich. Also November war wirklich wahrscheinlich wieder Act X geprägt. Ja, also wir haben ja, das werden wir in einem Serien-Eintopf, äh, aufbereiten, aufarbeiten. Wir haben uns durch zehn, elf Staffeln Act X und zwei Kinofilme gewühlt. Ja. Und mit vielen Highlights und, äh, auch einigen nicht so tollen Erlebnissen. Aber wir haben es geschafft und deswegen ist der November da mau. Ich hab, äh, also, wenn ich jetzt keine Highlights oder, also Tops oder Flops auflöste, heißt es nicht, dass ich keine Filme geguckt hätte in diesem Monat. Das heißt nur, dass ich keine neuen Filme geguckt habe. Ähm, ich hab nämlich im November schon einen Film geguckt. Zwei, die ich sehr, sehr mag. Nämlich Begin Again, also Can a Song Save Your Life, heißt der auf Deutsch. Ja. Ähm, und natürlich Rise of the Planet of the Apes mit, also beide mit, mit meiner Tochter. Mhm. Und die war auch dabei. Bei Planet of the Apes schon, aber bei, ähm, Can a Song Save Your Life. Nee, da war ich nicht dabei. Genau. Natürlich kann ich mich daran erinnern. Jedenfalls waren die, ähm, waren das beide tolle Filme, aber halt jetzt keine neuen Highlights im September, äh, im November. Entschuldigung, November sind wir. Genau, aber dafür, weil im November jetzt nichts war, habe ich im Dezember gleich zwei Tops und Flops ausgesucht. Ja, wir sind, wir sind am, am Jahresende angekommen. Ja. Ja, ihr habt es, wenn ihr es bis, bis dahin, bis dahin durchgehalten habt, Graduation. Äh, ja, ich glaube, wir haben, äh, also im Dezember tatsächlich, ähm. Bisschen mehr Gas wiedergegeben bei Film gucken. Ja, weil wir eben durch waren mit, mit diesem Mammut, äh, Mammutprojekt, Akte X. Und, äh, nur damit ihr euch das vergegenwärtigt, ähm, Akte X war ja noch zu Zeiten, wo eine Staffel irgendwie 20, äh, 24 Folgen hatte. Ja, da, ja. Die letzten beiden zwar dann nicht mehr, aber, ähm, jetzt ist wieder mehr Zeit. Die Serien, die aktuell, äh, geguckt werden, sind etwas kürzer wieder. Das heißt, man kann da auch mal durchbingen, was bei Akte X unmöglich war. Nee. Ähm, jedenfalls, äh, hatten wir, haben wir jetzt wieder mehr Zeit für Serien, für neue. Und wir haben aber Filme, und wir haben zwei Highlights, also ich hab zwei Highlights und du hast zwei Highlights. Eins, äh, picke ich raus, eins pickst du raus. Ja. Mein Highlight Nummer eins war The Sound of Metal mit, ähm, dem Darsteller, dessen Name ich nicht aussprechen kann, ähm. Oder du wagst es nicht. Nein, ich, ich hole mal kurz den, den Film hier auf dem Bildschirm, damit ich, Aziz. Riz Ahmed. Ah, Riz Ahmed. Riz Ahmed, ähm, den man, ähm, The Night Of, als The Night Of kennt, also eine Serie, die wir sehr, sehr mochten. Die ist sehr toll, ja. Äh, die grandios ist, die aber keine, das war so eine, so eine Miniserie eigentlich, die hat keine Fortsetzung bekommen. Äh, kennt man sicher auch aus anderen Filmen, der hat auch bei Star Wars Rogue One gespielt, oder? Ja, bei Venom hat er mitgespielt. Venom, der Wissenschaftler, ja, der Film ist auch vergessenswert. Ja. Ähm, in Sound of Metal spielt er einen, ja, Metal-Drummer, der mit. Wir haben doch The Sisters Brothers zusammengeschaut, gell? Ja. Der hat er auch mitgespielt. Okay, weiß jetzt aber nicht mehr welcher. Und, äh, bei Jason Bourne hat er mitgespielt, das muss ich jetzt kurz noch sagen. Und, äh, kennst du Four Lions? Nein. Der ist super. Und Nightcrawlers, jetzt bin ich fertig. Okay. Bei The Sound of Metal geht's um einen Metal-Drummer, gespielt von, von ihm, von Riz Ahmed, der mit seiner Freundin so eine Zwei-Mann-Band hat und in so einem Van lebt und auf Tour ist und der sein Gehör verliert. Mhm. Und das ist natürlich für jeden Menschen tragisch und für ihn natürlich ganz besonders, weil er Musik liebt und lebt. Und eine Band mit seiner Freundin hat. Habe ich gerade erzählt. Scheiße. Und, ähm, und dann, äh, ja, und es ist, im Prinzip ist es einmal natürlich seine tragische Geschichte und er durchlebt und durchleidet natürlich da sämtliche Stadien von Leugnen über Wut, über Trauer, über Akzeptanz, ne? Das ist das Übliche, aber was ich eben so faszinierend fand, also sein Schauspiel ist fantastisch. Was ich eben so faszinierend fand, ist, dass man mit ihm in diese Klangwelt eintauchen darf, in Anführungszeichen. Ich habe keine Ahnung, wie das tatsächlich klingt, aber ich finde, dass der Film da echt, also das macht er echt gut. Ja, absolut. Also da lebt man wirklich mit, also, oder er lebt das wirklich mit, ja. Und das war für mich eine sehr positive Überraschung, die ich nicht auf dem Radar hatte. Es ist wirklich... Ja, auch ein Thema, das nicht so abgenudelt ist, mal was, was komplett Neues und der hat mich echt nachhaltig beeindruckt. Vor allem, also es ist ja ein Film von 2019 und das ist wirklich einer der besten Filme, wo wir dieses Jahr geschaut haben. Ja. Also, weil der halt wirklich so, auch so nachwirkt. Ja. Und es ist wirklich... Ja, also es ist Wahnsinn. Achtung, Wortspiel, der Film hat sehr viele ruhige Momente. Mhm. Hat er tatsächlich, nicht nur wegen der Tatsache, dass man ab und zu seine Hörweise einnimmt und halt nichts hört oder halt nur sehr dumpfe Geräusche wahrnimmt. Ich fand den fantastisch. Also das ist ein, ja, mal, ist wirklich was komplett anderes. Toll gespielt. Schön inszeniert. Ja, mit eher unbekannten Darstellern. So Risa Ahmed ist jetzt auch kein Hollywoodstar und Olivia Cooke kennt man zwar, ist jetzt aber auch nicht A-Klasse, wenn ich mal das Wort bemühen darf. Ich mag sie auch. Ist auch so eine von den Schauspielern, die ich jetzt nicht so... Aber sie, sie, also ist ein grandioser Film. Denke ich wirklich. Ja, unser zweites Highlight war dann auch wieder eine Produktion, die, denke ich, ursprünglich fürs Kino gedacht war, aber dann direkt zu Disney Plus gekommen ist. Genau. Und zwar, also das war wirklich so, es war ja auch in den vergangenen Monaten so, dass jeder, wo Disney Plus hatte oder hat, der weiß ja, dass Filme, die eigentlich im Kino hätten kommen sollen, dann auf Disney Plus veröffentlicht worden sind. Und ich hatte mich ja damals dann auch gefreut über Mulan und musste dann erstmal feststellen, so, da muss ich jetzt quasi fast einen Kinopreis dafür zahlen, was ich dann irgendwie nicht wollte. Und fand das dann richtig cool, wo es dann hieß, Soul kommt auf Disney Plus. Und ich dann einfach morgens spaßeshalber in der App den Film gestartet habe. Und es ging, ohne dass ich irgendwie was habe zahlen müssen. Und das war richtig toll. Und wir haben den ja dann abends auch geschaut. Und ja, es ist wieder wirklich einer der besseren Pixar-Filme. Ich habe mal einen Kommentar gelesen, ich weiß nicht, ob es jetzt in der SZ war oder so, wo es hieß, Pixar wird erwachsen. Und ich finde, dass, wenn man sich jetzt so Filme wie Coco oder beispielsweise auch Inside Out, also alles steht Kopf anguckt, dass wirklich, wirklich erwachsene Themen behandelt werden, aber auf eine für Pixar einfach so unnachahmliche Art, dass es, sie schaffen es immer wieder. Das Thema ist wieder unverbraucht. Es geht ja um das Thema Tod und Geburt. Und es geht vor allen Dingen um, ja, es geht um Bestimmung. Ja. Das war für mich so der Kern. Also was ist, also die Suche, also weil jeder Mensch ja so auf der Suche nach seiner Bestimmung ist. Oder was man denkt, was deine Bestimmung wäre. Genau, was du denkst, was deine Bestimmung wäre. Und es gibt ja auch diese zwei unterschiedlichen Blickwinkel auf die Bestimmung einer einzigen Person, dadurch, durch diesen Twist. Wir wollen, wir reden uns hier um Kopf und Kragen, weil wir eigentlich nicht spoilern wollen. Es ist einfach ein wirklich wieder mal herzerwärmender, lustiger, trauriger, berührender Film, von dem Pixar da gezaubert hat. Mit optisch einfach unglaublich toll, fantasievoll, einfallsreich. Weil ich, ich bin da einfach, ich finde da kein schlechtes Haar, kein Haar in der Suppe. Also ich bin begeistert von Soul. Ja. 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 Und da habe ich ja schon erwähnt, dass ich es ja schade fand, dass man den nicht gleich streamen konnte, sondern musste erstmal da extra für zahlen. Ich glaube, der war recht teuer, gell? Und der war richtig, also ich fand den schon auch teuer. Und ich meine, du zahlst ja eh schon, also ich habe ja Disney Plus gleich pre-geordert und dann hat man gleich mal 10 Euro weniger gezahlt, also anstatt 70 Euro, 60 Euro. Und dann zahlst du halt, ist es auch Geld, wo man einfach zahlt. Und dann, dann musst du dann für den Film dann nochmal bezahlen und das habe ich irgendwie, ich weiß nicht, ich habe es auch nicht eingesehen und die Kritiken waren ja auch nicht so toll. Und dann, ähm. Hättest du ihn beinahe gekauft? Beinahe hätte ich ihn gekauft und dann habe ich gedacht so, nee, jetzt warten wir halt noch. Und, ähm, ja und dann, und ich habe mich ja echt so drauf gefreut, weil die Plakate und das Artwork, das waren ganz meins. Ja, toll, der Trailer war auch cool. Der Trailer war auch cool. Ich mochte die, die Zeichendrickverfilmung, also das ist halt, also alles, was irgendwie in die Richtung asiatisch geht. Japan, ja. Nee, es ist nicht Japan, es ist China. China, Entschuldigung. Genau, ähm, alles, was in die Richtung geht, bin ich ja erstmal absolut dafür zu haben. Aber, äh, dann war halt einfach nur langweilig. Sowas seelenlos Hingerotztes wie, also ich bin jetzt grundsätzlich kein Feind von Realverfilmungen. Also wir konnten, also. Wobei so langsam immer mehr. Ja, also Schön und das Biest zum Beispiel fanden wir beide recht, recht putzig. Ähm, was war das, was war das andere? Also Lion King fand man furchtbar. Lion King fand man furchtbar. Ja, Dschungelbruch war okay. Dombro haben wir nicht gesehen, wegen der, einfach die Komponenten mit dem Zirkus. Aladdin war auch gut. Aladdin war okay. Der war eigentlich nur der Bessere. Ja, das war einer der Besseren, genau. Aber Mulan hat wirklich nichts, also wirklich gar nichts von dem Charme des Originals eingefangen. Ja. Ähm, jetzt hätte man sagen können, ja gut, machen wir halt dann einen auf düster. Ich meine, die Story ist ja jetzt eigentlich nicht so lustig, ne? Also es geht um, ja, der kennt Mulan, das Mädchen, das halt für ihren Vater in den Krieg ziehen will, die Ehre der Familie, bla bla bla. Jedenfalls ist das ja eigentlich schon auch was, was ein ernsthafteres Drama hergeben würde, aber das machen sie halt nicht. Und, also doch, sie, sie, er ist relativ ernst. Er ist relativ humorbefreit. Total. Ist aber dann so dermaßen konfus und lieblos erzählt, ohne irgendwelchen Highlights und ich fand den einfach nur schlecht. Ja, vor allem, also was mich ja, ähm, die, die Nikki Caro ist ja die, äh. Mulan. Genau, von Mulan, die, die hat ja Regie geführt, die hat unter anderem Whale Rider. Also die Regie. Ja, genau. Dann The Soul Keeper's Wife, die Frau des Zobesitzers. Genau, und, ähm, ja, also die hat ja jetzt, das war jetzt nicht ihr erster Film. Und ich find's dann immer so ein bisschen traurig, vielleicht, das ist halt immer so die Frage, wie viel Disney da, also man weiß ja, Disney spricht schon, also die, die wirken schon sehr auf die Produktionen auch ein und auf die Drehbücher und auf die, also jeder, wo mit diesem Film halt arbeitet, was mich halt nur so ein bisschen, weil Mulan ist wirklich eine, eine Story, wo halt auch schon sehr inspirierend ist, weil sie sich halt jetzt über alles hinweg setzt. Ja. Es ist wirklich eigentlich, es ist, es ist eine starke Frauenfigur und dann schaffst du es tatsächlich, dass du das nicht spürst. Also, das hat jetzt nichts mit mir gemacht, dass ich dann sag so, wow, Mulan, du bist jetzt wirklich eine Heldin und sie wird halt da abgefeiert und du denkst so, ja, also bis jetzt ein Butterbrot geschmiert hat, so viel macht das was mit dir. Ja, ich fand's total schade, weil, ich hab mir da auch mehr erwartet, auch die, die Bilder, die man jetzt im Trailer gesehen hat, haben irgendwie mir andere Erwartungshaltungen in mir geweckt. Das Einzige, die Kampfszenen, die waren cool. Ja, die waren cool gemacht, aber sonst ist es so lieblos, hingerotzt und das war echt eine Enttäuschung. Und nochmal zu dem Thema Digitalpreis und so, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe oder meine Meinung hier schon mal vertreten habe, aber das Problem ist ja einfach, wenn ich Kinopreise zahle, dann zahle ich mit diesem Kinopreis mehrere Dinge. Ich zahle natürlich den Film, ich zahle aber auch das dem Kino innewohnende Erlebnis, das ich nur im Kino habe und ich zahle vor allen Dingen dem Betreiber. Ja, und auch die Ausstattung. Genau, ich zahle dem Kino, das Kino selbst und die Leute, die dort arbeiten. Und wenn ich jetzt für eine digitale Fassung des Films so viel zahlen würde, wie für einen Kinobesuch für zwei Personen, dann ist das für mich nicht dasselbe, weil man könnte jetzt natürlich argumentieren, naja, wenn wir jetzt zu zweit ins Kino gehen würden, würden wir dasselbe zahlen. Vielleicht den Betrag, aber nicht dasselbe, also du zahlst nicht den gleichen Apparat und das stößt mir immer sehr unangenehm auf, weil ich mir denke, du hast bei einem digitalen Vertrieb ganz, ganz viel aus dieser Wertschöpfungskette rausgenommen. Und am allerübelsten betroffen sind halt die Kinos. Und wenn sich jetzt jemand wie Disney hingestellt hätte und gesagt hätte, jawohl, wenn du den Film jetzt für den Preis kaufst, dann kriegt das Kino in deinem Ort, was natürlich unmöglich ist, aber das meine ich jetzt damit. Dann wird das Kino unterstützt, ich hätte gesagt, hey, nehmt's, der hat sogar mehr gezahlt. Ja, aber das hinterlässt immer so einen billigen Beigeschmack, wo man dachte, nee, also jetzt nur das Geld Disney in den Rachen zu werfen, nö. Ja, also bei uns ist ja immer so, die Schmerzgrenze, wir kaufen erstens mal digital nichts und dann wir leihen und das ist dann immer so, bei uns ist immer die 5 Euro die Grenze. 5,99 so üblich, der übliche Preis. Genau, und das ist dann für uns in Ordnung. Also es gab ja den ganzen Sommer, egal war es jetzt hier der Unsichtbare oder Kängurukroniken, ich glaube der Unsichtbare haben wir dann gesagt, okay, also für 10 Euro zusammen haben wir dann geschaut. 9,99 oder so, ja. Die Diskussion ist ja auch deswegen so aktuell, weil ja jetzt in Amerika die Warner Studios zusammen mit HBO Max beschlossen haben, dass die Filme immer parallel rauslaufen. Wir in Deutschland sind natürlich die Gearschten, weil es HBO Max in Deutschland nicht gibt und ob es da mit Sky irgendwelche Möglichkeiten gibt, steht da jetzt in den Sternen, weil HBO und Sky Deutschland da einen Vertrag haben. Und wann sich das ändern sollte, also ich finde es jetzt ein bisschen lame, ganz im Ernst, weil dann wird dann halt groß angekündigt, dass Wonder Woman 1984 kommt halt Ende Dezember raus in den Kinos und auf HBO Max. Und dann schaust du halt in die Röhre, weil erstens mal A, Kinos zu haben, noch hast du HBO Max. Und es irgendwie nicht zu schaffen war, also es muss ja jetzt nicht sofort sein, aber es gab nirgendwo eine Alternative für uns dann halt hier in Deutschland. Und wenn das das ganze Jahr jetzt hier so weitergehen soll und ich meine, wir haben jetzt hier den 6. Januar, der Lockdown ist jetzt bei uns in Deutschland erstmal auf 31. Januar verlängert und er wird wahrscheinlich noch weiterlaufen. Und ob man die Kinos aufmachen, steht sowieso auf einem anderen Blatt. Aber dass es da halt auch keine andere Möglichkeit gab, finde ich jetzt so ein bisschen enttäuschend. Also es ist so irgendwie, als ob man die Filmlandschaft, die arbeitet da halt einfach nicht zusammen. Also dass man halt sagt, okay, zum Beispiel die Idee, wo du jetzt gerade gehabt hast, dass man sagt, okay, also wir können den Film digital schauen und die Kinos vor Ort kriegen 1 Euro oder 2 Euro. Ist ja wurscht, aber dass man da halt irgendwie zusammen halt diese Industrie beim Laufen hält und nicht nur einfach sagt, okay, schön, dass alle jetzt zu Hause hocken. Netflix hat jetzt so und so viele Nutzer und Kinos gucken jetzt ins Leere. Also dass man da keinen Konsens gefunden hat. Ja, das Problem ist, dass der digitale Vertrieb so zerfasert ist. Also es gibt halt viele, also es gibt international einfach viele verschiedene nationale Märkte mit unterschiedlichen Rechtegelagen. Ja, ist klar. Ich finde es, ich weiß auch noch nicht, ich habe mir auch noch keine abschließende Meinung dazu gebildet, wie ich dazu stehe. Ich bin, obwohl ich ein großer Kino-Fan bin, war ich schon immer Vertreter der Meinung, bringt sie zeitgleich zu einem angemessenen Preis. Digital, dann kann ich mir aussuchen, ob ich ins Kino gehen möchte oder digital. Digital ist, ich finde das halt ein ziemlich egoistischer Move, den Warner da macht, aber letztendlich ist es ein logischer. Und ich würde mich nicht wundern, wenn es jetzt im Laufe des Jahres noch den einen oder anderen gibt, der da in die ähnliche Richtung marschiert. Was ich mit Sorge betrachte, ist die Zerfaserung der digitalen Plattformen, die halt zunimmt. Das heißt, du hattest halt natürlich, es ist Vielfalt gut, aber du hattest halt am Anfang Netflix, du hattest Amazon Prime, so jetzt hast du Sky Ticket, jetzt hast du Disney Plus, dann kommt vielleicht noch HBO Max Deutschland, dann kommt vielleicht noch Universal Deutschland, dann kommt vielleicht noch CBS Deutschland, dann kommt vielleicht noch das und das und das. Ich meine, es gibt ja eh schon so viel, also dieses Join oder wie das Ganze auch heißt, es gibt ja eh schon so viel, was wir ja auch nicht nutzen oder diese ganzen zusätzlichen Kanäle, wo du auf Amazon dazu buchen kannst, das Starts und wie das alles heißen, gibt es ja eh schon. Und wir sind ja mit vier Plattformen eh schon gut vertreten und viele sagen sich einfach so, ja, klar würde ich alles gerne schauen, aber ich habe jetzt auch das Geld nicht dazu, weil das kostet natürlich auch Geld. Also wir zahlen ja auch dafür, also das sind ja jetzt mindestens, ja, 30, 40 Euro im Monat, was wir jetzt einfach dafür zahlen, dass wir vielleicht manchmal auch gar nichts schauen. Ja, es ist halt, ich weiß nicht, was, also dieses Flatrate-Konzept, und jetzt brechen wir zum Ende des Jahres, im Jahresrückblick noch eine Diskussion los, aber dieses Flatrate-Konzept funktioniert ja nur bis zu einem gewissen Grad. Also entweder, weil das ist dann keine Flatrate mehr. Also du zahlst halt, was weiß ich, irgendwie 10 Euro im Monat für Netflix und warst halt jetzt, weil es der einzige vernünftige Anbieter war, lange Zeit einfach gut bedient. Dann hast du noch Amazon Prime Video mitgenommen, weil du vielleicht schon Prime-Kunde bist. So, und jetzt fängt halt das an zu zerfasern. Disney Plus ist so der erste zusätzliche Anbieter größerer Natur, der da reindrängt, zieht natürlich die ganzen IPs von den anderen Anbietern ab, wartet halt, bis die rechte Verträge auslaufen und holt sich die Filme zurück. Alles legitim. Aber das heißt, du hast halt eine Zerfaserung und es ist aber kein On-Demand mehr, sondern es ist ein Streaming-Service, den du halt monatlich bezahlst, um die Inhalte da zu sehen. Und das ist halt ein ganz komisches Konzept. Wo landen wir da? In fünf Jahren haben wir dann 10 Anbieter abonniert. Glaube ich nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Also vielleicht das höchstens, wie es halt meistens ist, dass die Studios sich zusammentun. So wie es jetzt halt hier in Deutschland auch passiert ist, dass halt zum Beispiel Universal, also Warner wird von Universal vertrieben und so weiter und so fort. Und Fox ist von Disney gekauft worden. Und die haben jetzt den ganzen Katalog. Es ist ja auch so, ich weiß jetzt nicht mehr, wie das heißt, aber es wird auf Disney auf jeden Fall auch nochmal eine Erweiterung des Programms geben und das auch nochmal einen eigenen Namen hat. Und wenn ich jetzt den Trailer richtig gedeutet habe, sind das ziemlich viele Fox-Sachen, wo jetzt halt einfach auch nochmal zu Disney halt wandern. Ist klar, weil die jetzt auch den ganzen Back... Das heißt Stars. Ich glaube, das heißt Stars. Stars, glaube ich, gell? Mit Z hinten. Ja, und die haben jetzt den ganzen Back-Katalog natürlich. Und ja, da kommt natürlich noch viel. Ja, vielleicht hätten sie das mit den Kinofilmen vielleicht studiounabhängiger machen können, denn das wäre natürlich auch cool gewesen. Und gerade mit dieser Prämisse, dass man halt sagt, okay, ja, wir wollen ja durch dieses, wir wollen ja durch das Zuhausebleiben und das Streamen, wollen wir die Kinos nicht aktiv töten. Ja, das ist ja kein... Ja, das haben wir ja immer aussortiert. Ja. Aber wo, also wie gesagt, das ist... Ich glaube, deswegen kann ich da noch gar nicht... Es ist nur nicht abzusehen, wie sich das letztendlich entwickelt, aber es kann ja... Weißt du, es gibt mir gar nicht so einen Film, wo ich sage, naja, wenn der jetzt erstmal Disney exklusiv, also oder exklusiv für einen Streaming-Anbieter wäre, den wir nicht haben. Und ich weiß, das ist dann, was weiß ich, noch einen Monat oder so, dann auf allen anderen Plattformen auch verflügbar, ja, so what. Ja, ja, da klar, dann kann man natürlich warten. Aber was ist denn, wenn du jetzt sagst, eben wenn das die Kino-Alternative ist, wenn das die Möglichkeit ist, den Film zum Release zu sehen, so wie du das im Kino getan hättest und das gibt es nirgendwo anders. Und wie viele Plattformen wird es dann geben, auf denen das so läuft? Also ich weiß nicht, wo sich das entwickelt. Und ich sehe das mit einem lachenden und einem weinenden Auge, weil es natürlich wieder, wie man, also einfach Bequemlichkeit ist, Filme zum Release zu Hause gucken zu können, aber ich einfach gerne Filme im Kino sehen würde. Ich fürchte, dass die Entwicklung eher zum Nachteil der Kinos ausfallen wird. Ja, aber die Entwicklung war abzusehen, spätestens seit Netflix. Und ich fürchte, ich will nicht sagen, dass jetzt Corona jetzt hier der Todesstoß, also für viele ganz sicher. Vielleicht schon, ja. Also nicht der endgültige Todesstoß fürs Kino sein wird, aber es ist ein Schubs in Richtung Abgrund. Ja, wobei, also, ja, also die Konzepte, die waren ja gut. Also wir haben ja Tenet noch gesehen im Kino, das war der letzte Kinofilm letztes Jahr. Und es hat ja alles super gut funktioniert, also mit dem Abstand halten und man hat sich sicher gefühlt. Ja, aber die bringen halt nichts mehr, also auch Wonder Woman war ein Flop, ja, also in den Kinos. Und die bringen halt auch nichts mehr, weil dieses, selbst mit Konzept kann ja nur, was weiß ich, ein Viertel der Besucher rein. Ja, klar. Ja, es ist aber auch einfach so, dass man muss, ist jetzt auch die Frage, was kommt denn 2020, selbst wenn die Kinos wieder aufmachen, was kommt denn da noch? Und was hat es dann überhaupt noch geschafft, abgedreht zu werden? Weil, äh, die letzte Meldung, was ich jetzt irgendwie mitbekommen habe letzte Woche bei Hollywood war, dass halt, dass die ganzen Produktionen halt wieder dicht sind, weil die Leute halt alle jetzt wegen Corona halt auch, die produzieren ja auch nichts. Und es ist, ja, irgendwann wird es dann mal einfach eine Lehre geben. Ja. Und dann. Wir werden sehen, also das Jahr 2021. Bleibt spannend. Wird spannend bleiben. Ähm. Ich glaube, wir, das ist eigentlich ein guter Abschluss. Das ist ein guter Abschluss. Wir hätten zwar noch was gehabt, aber das. Was hätten wir denn noch gehabt? Ja, und der Film des Jahres oder die Enttäuschung des Jahres, aber das haben wir beide. Aber die Flops vom Dezember haben wir noch gar nicht besprochen. Doch, Mulan. Ja, ich hatte aber noch einen zweiten. Achso, das wusste ich ja nicht. Und zwar, da habe ich jetzt nämlich nochmal geswitcht. Okay. Und zwar, eigentlich wollte ich ja den Manc auf Netflix, aber ich habe jetzt nochmal geswitcht und zwar, das ist On the Rocks. Den fandest du? Ja, langweilig. Langweilig. Im Nachgang, ja. Hm, der war ganz, der war ganz nett. Ja. Auf jeden Fall finde ich es so schlecht wie Mulan. Mulan hat mich mehr enttäuscht als Mac, als On the Rocksman. Genau. Ne. Das kann man ja noch so dazu einwerfen. Nun gut, dann haben wir auf alle Fälle unsere durchschnittliche Episodendauer weit überschritten. Aber es ist so üblich bei Jahresrückblicken, dass die einfach ein bisschen ausführlicher sind. Also mir hat es wieder Spaß gemacht, sich mal wieder mit dir über Filme zu unterhalten. Ich meine nicht, dass wir das nicht in unserem Alltag natürlich machen würden, aber es ist auch für uns schön, das Jahr nochmal so Revue passieren zu lassen. Und wir hoffen, dass ihr auch Spaß daran hattet, dass ihr uns auch weiterhin gewogen bleibt. Wir werden Episoden veröffentlichen, in welcher Schlagzahl wird das Jahr 2021 erst zeigen müssen. Wir werden auch wieder einen Serieneindruck machen. Wir werden ganz sicher auch im Dezember 2021, Januar 2022 wieder einen Jahresrückblick machen. All das wird es geben. Wir werden auch weiterhin Filme gucken und in welcher Form werden wir erst mal abwarten. Genau. Ansonsten haben wir noch irgendeinen Ausblick? Einen Ausblick haben wir natürlich jetzt keinen. Nächster Kinofilm ist vollkommen in den Sternen. Dann haben wir eine Serienempfehlung. Du hast eine und ich habe eine. Genau. Wir haben noch eine Serienempfehlung für euch. Ich möchte euch, nachdem wir mit Akte X durch waren, war ich ganz heiß darauf, eine Folge auf Sky zu sehen. Eine HBO-Serie, die bei uns in Deutschland auf Sky-Ticket zu sehen ist. Nämlich Erased by Wolves von Ridley Scott. Also nicht der Schöpfer der Serie. Er hat Regie geführt bei einigen. Auch sein Sohn hat Regie geführt. Produziert. Produzieren tut er sehr. Ist eine Science-Fiction-Serie, wo es um Androiden geht, um die Menschheit, um Glauben, fremde Planeten. Sehr im Stile von Ridley Scott, wenn ich das mal so sagen darf. Also es fühlt sich schon sehr Scott-mäßig an, auch wenn jetzt keine Aliens aus irgendwelchen Bauchhüllen platzen. Vielleicht ist der Scott-Stil einfach ein Alien-Stil, weil der vom Giga vorgegeben worden ist. Ich weiß nicht. Der hat, nee, das... Giga hat ganz stark das Alien geprägt. Aber ich finde so dieser Stil von... Aber die Ausstattung auch. Ja. Weil wenn du mal... Also ich habe das schon eine Weile her eine sehr sehnswerte Doku über den Giga gesehen. Und wenn du dann mal in seinen... Ich glaube, der hat auch so Museen. Der hat auf jeden Fall ein Museum. Und wenn du da halt seine Bilder halt auch siehst, wo auch ein Alien nicht dabei ist, ist es schon sehr geprägt. Also von der Ausstattung her. Und es hat so... Ich glaube, das hat er wahrscheinlich jetzt in seine... Ja, in seine Vita. Also egal. Oder so mit eingeatmet, dass das vielleicht gar nicht anders ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, egal. Ich weiß nicht, was es ist. Also ich könnte es ja nicht mal an irgendeinem konkreten Ding festmachen, um zu sagen, das ist Ridley Scott-Style. Aber es fühlt sich an wie Ridley Scott's Science-Fiction-Film. Also ich finde, die Serie hat großartige Darsteller, hat auch wieder... Also ist aber mehr... Ist mehr was für den Kopf und für die Augen. Ich finde, fürs Herz ist sie nix. Nein. Ist ein bisschen kühl. Ist sehr kühl. Passt aber zum Thema. Passt, ja, ja, genau. Aber die übt wie eigentlich immer... Also Science-Fiction grundsätzlich auf mich so eine Faszination ausübt. Auch diese Serie einfach so eine unglaubliche Faszination. aus dieser fremden Welt, dieser Fremdartigkeit, dieser Figuren und dieser... Ich mag es ja auch, wenn... Auch die Geschichte, also die Mythologie dahinter... Die Geschichte ist abgefahren, ja. Es ist halt auch cool, dass sich nicht ständig irgendjemand hinstellt und einem erzählt, was Sache ist, sondern man erschließt sich diese Welt einfach durch die Dinge, die da passieren und durch die Figuren und das ist elegant geschrieben und nicht alle Episoden sind... Also ich finde... Also das klingt jetzt furchtbar, wenn ich das sage, dass sie vor sich hin plätschert. Sie hat durchaus spannende... Es klingt halt immer negativ. Ja, es klingt negativ, aber es ist so eine... Es ist so eine unglaubliche Sog, den die Serie auf mich ausübt und deswegen... Ja, Science Fiction sowieso immer ganz vorne bei mir dabei, großartig. Raised by Wolves. Bitte gucken. Dein Highlight, deine Serienempfehlung? Ja, die habe ich ja wieder alleine geschaut. Und zwar Bridgerton. Bridgerton. Auf Netflix. Und zwar ist das eine Mischung, jetzt kommt es, aus Jane Austen und Gossip Girl. Und Highschool Musical. Nein, gesungen wird da nicht. Okay. Nein, nein. Aber ja, also ich bin, wie gesagt, ich kann es nur wiederholen, riesen Jane Austen-Fan und Bridgerton trifft halt genau den Ton und ja, ich glaube, sie ist auch sehr erfolgreich und die Fangemeinde wächst und wächst und wächst. Es ist wohl auch eine, wie heißt das, es ist auch eine, erst mal weitere Staffeln geplant und es basiert auf Büchern, Büchern, die ich jetzt nicht gelesen habe. Ich habe von dieser Autorin nichts gehört. Also nur weil ich jetzt Jane Austen mag, heißt es nicht, dass ich jetzt hier den ganzen Tag nur solche Historienstreifen lese. Und ich kannte die nicht, oder? Bücher lesen, Streifen gucken. Streifen gucken. Genau. Und ja, aber es macht Spaß und jeder, der solche Sachen mag, soll sich Bridgerton anschauen. Genau. Es ist echt toll. Und die Kostüme. Oh mein Gott, die Kostüme. Oh mein Gott, die Kostüme. Oh mein Gott, die Kostüme. Die Kostüme flippt man aus. In diesem Sinne, jetzt haben wir uns schon so quasi halb verabschiedet. Ja, wir sind schon mit einem Fuß zu tüten. Wir sind schon mit einem Fuß draußen. Ich muss auch mal ganz dringend wohin. Es ist nicht, dass wir bei so einem Podcast nicht einfach mal auf Pause drücken können. Nee, wir ziehen das gnadenlos durch. Wir ziehen das gnadenlos durch. Hier nichts mehr zu essen, nichts mehr zu trinken. Kochen im eigenen Saft und müssen ganz dringend Pipi. Boah, jetzt aber Schluss. Wir wünschen euch was? Wir wünschen euch ein besseres Jahr als das Jahr 2021. Ich meine, als das Jahr 2020. Klar geht es jetzt im Prinzip mal erstmal so weiter, wie es alte Jahr aufgehört hat. Aber ich glaube doch, dass man verhaltenoptimistisch sein darf, was das Jahr betrifft. Ich meine, wir beide haben vor zu heiraten. Wir hatten das letztes Jahr schon geplant und hoffen natürlich jetzt inständig, dass wir das dieses Jahr tun können. Es ist noch eine ganze Zeit dahin und das würden wir gerne tun. Wobei ich muss kurz noch einschwenken. Also das, außer, dass wir jetzt nicht heiraten konnten, war 2020 jetzt, finde ich, ich habe mich jetzt, also viele, weil, muss man jetzt nochmal kurz ausholen, auch wenn ich jetzt dringend aus Klo muss, aber das muss einfach mal gesagt sein, weil viele so auf ihre Freiheit und bla und bla. Und ich glaube, in der Masse hat natürlich 2020 vielen das Jahr, also war nicht ihr Jahr. Aber ich glaube, es gab den einen oder anderen, wo das halt trotzdem versucht hat, aus dem Jahr das Beste rauszuziehen. Und für sich glaube ich auch einfach, ja, aus der ganzen Zeit, die man halt zu Hause verbracht hat und vielleicht mit Sauerteig und Selbstoptimierung und Sport und alles verbracht hat oder viel vor der Glotze, man weiß es nicht. Aber ich glaube, dass dieses Jahr, so schwierig, wie es für viele auch war, wir werden das nie vergessen. Ja, also auf gar keinen Fall. Also 2020 wird sich ewig in Erinnerung bleiben, im Positiven wie im Negativen, aber du hast nicht recht auf unser privates Leben. Also hatte es weniger einschneidende Auswirkungen als bei anderen. Wir sind da wirklich gesegnet. Wir haben keine Kinder im Haushalt. Wir haben, vor allem ich habe halt auch einen Job, den ich von zu Hause aus machen kann. Aber es hat Spulen hinterlassen. Es hat, also bei jedem. Ja. Bei jedem. Und bei manchen halt mehr als bei anderen. Und ja, wichtig ist, dass wir positiv in die Zukunft blicken. Und ich denke, dass wir, ja, es kann nur aufwärts gehen. Wenn man ganz unten ist, kann es nur aufwärts gehen, sage ich mal. Und ich bin da sehr optimistisch, dass dieses Jahr wieder ein gutes Jahr wird. Ja. Sehe ich auch so. In diesem Sinne. Uns würde natürlich auch interessieren, vielleicht habt ihr ja Zeit und Lust, uns Rückmeldung zu geben, uns zu erzählen, wie denn euer Film- und Kinojahr 2020 so war, wie es denn jetzt im Vergleich zu den Vorjahren war. Was waren eure Highlights, eure Flops, wenn ihr uns Rückmeldung geben möchtet, dann könnt ihr das natürlich direkt zu der Episode schreiben auf unserer Homepage, könnt ihr die Episode kommentieren. Und wenn ihr uns anderweitig unterstützen möchtet, dann könnt ihr natürlich auch, wie immer, euren Freunden von uns erzählen, ein bisschen Werbung machen. Uns auf Twitter, Facebook, YouTube oder Instagram folgen. Ihr könnt uns direkt auch eine Nachricht schreiben über unsere Homepage. Oder uns auf Apple Podcasts und Panoptikum.io bewerten. Ihr könnt uns via Flatter unterstützen. Oder den einen oder anderen Geldkoffer vor die Tür hinstellen. Genau. Alle Links und Hinweise findet ihr wie immer in den Shownotes dieser und alle anderen Episoden im Podcast Client Orges Vertrauens und natürlich auf cut.exclamatio.de. Und das war es jetzt wirklich mit unserem Jahresrückblick 2020. Macht's gut, ihr Hasen. Süßnasen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.